Hallo Leute! Hallo Leute! Wir kommen zurück mit Let's getrunken Wir sind in der ... 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 Hallo Leute, willkommen zurück zu L.P., mein Fahrzeug ist 4.05 Uhr. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich sage jetzt eine mittelmäßige Ausstattung. Ich habe eine Option vergessen. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist ein bisschen übertrieben. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist ein bisschen übertrieben. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist ein bisschen übertrieben. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist ein bisschen übertrieben. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist ein bisschen übertrieben. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist ein bisschen übertrieben. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist ein bisschen übertrieben. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist ein bisschen übertrieben. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist ein bisschen übertrieben. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist ein bisschen übertrieben. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben. Ihr seid ja eigentlich kaum viel zu gut drin, wie ich hier bin. Jetzt bin ich so fest, wenn ich hier so genau ziehe. Beschatzte Kriege. So mit. Hallo. 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 La la la. Ne ne ne. Das ist nicht nur eins machen, das war... ...deliger so geil. Das ist nur ein Ebenvermögen. Hallo. 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 Ja, wir kommen zum Beispiel. Ja, wir kommen zum Beispiel. Äh, ja. Äh, nein. Hallo. Ähm, hallo. Ähm, hallo. Ja, ist doch, Mensch. Ja, ich kriege gar nichts mehr. Nein. Ist ja nicht auch das. Okay. Wow. Mami. Okay. Komm ab. Ja, das ist besser. 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 Ja. Ja. Ja, das ist besser. Wow, hello, hello. Wow. Ich bin gegriffen worden. Ich bin der Mannschaft auf. Ich bin der Mannschaft. Sie hat eine Hekse. Ja, wir sind die Hekse. Ja, wir sind die Hekse. Ja, wir sind die Hekse. Hallo. Wir haben auch eine Hekse. Hallo. 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 Ich bin der Name mit dem Spiel. Ich bin der Name mit dem Spiel. Er ist der Weg. Ich bin der Fahre, der ich mich in der Ziele beachten. Ich bin der Weg. Ja, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Der Weg zum Spiel. Ich bin der Weg. Drei. Hallo? Hallo. Sieh! Oh no! Attack! Komm her! Auf geht's! Angriff! Oh, normal! Oh, normal! You can hear the voices green day! Hey, hallo! Ich bin ganz schön fertig! Jami! Hallo, ein kleines Kindchen. Grüß dich, du bist bei uns. Grüß dich, du bist bei uns. Grüß dich, du bist bei uns. Ja, wir kommen in der Schloss, der dich nicht macht. Komm mal, komm mal. Na, 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 na. Wie soll das rausfließen, mach das mal. Eine fucking Spinne, eine Frau. Du bist in Ruhe, Alter. Du bist in Ruhe, Alter. Du bist in Ruhe, Alter. Alles in Ruhe? Röppelgefellig. Du bist in Ruhe, Alter. Hey, ich bin Ruhe. Hallo. Komm mal, komm mal, komm mal. Komm mal, komm mal, komm mal. Wieso die M460 finden wir? Na, das ist falsch. Ich will jetzt keinen beleidigen. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Komm mal, komm mal. Komm mal, komm mal. Na, los, putz. Na, los. ... Jetzt liegen wir jetzt nach oben. Weil das wird so wies. Denn das wird, so viel... Ich würde gerne hier nach oben. Oder? Hallo? 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 Danke, danke schön. Ich habe hier ein zwölfesten Fleck von hier. Beide, das haben wir. Könnt ihr auf den Charter gehen? Also diehebleiben. Bitte, da. Sehr gut. Wie ist meine Augenhäuser? Was ist denn bei einer Hälfte, Alter? Augenblick! Getter! Nein, da geht's nur perfekt, aber... Das ist Sockwort! Du hast die Männchen vor! Das sind alles Checker zu eat, Alter! Okay, weiter, das wollen wir nicht! Tschüss! Tschüss! Wie bei gar nicht viel sein, Professor! Das ist für nachholfen, so! Mach sie nur äußerst! Er ist ein Polter-Husen hier! Was ist denn bei der Seite? Das ist ja hier! Das ist ja hier! Das ist ja hier! Hey, das ist ja hier! Hey, mach die Sex' die Sobby, was geht ab? Er ist ja hier! Wir haben dann schon wieder eine Haube, Alter... Hm? Ich dachte, bei der Teller wird noch eine Fische, Alter! Ich bin ja auch mit der Tür. Hey, ich bin ja hier! Ich bin ja hier! Ich bin ja hier! Was ist mir das? Hey, da sind wir kürzer, innen. Das ist ein guter Mann. Das ist ein guter Mann. Ich hab' den Tag ausgeführt. Grüß! 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 Grüß auch hier! Grüß! 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 Ja, das ist ja auch der Trier. Der hat viel bei den Trier. Ist das hier? Ja, und singst du Erne? Beat it on. Ja, ist das. Aber Kriber sind genau so eine Singung. Kriber, das ist ja auch der Strasse. 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 Das ist ja auch der Strasse. Oh, eine Misslize. Das ist ja ein Graschen. Hey, das ist ja auch der Strasse. Das ist ja auch der Strasse. Hey, ich mache mir die Bursi. Was, jeder? Ist das richtig? Ja, das ist ja nicht. Jeder muss das haben. Das ist ja auch der Strasse. Das ist ja auch der Strasse. Das ist ja auch der Strasse. Oh, Alter! Ich bin ja auch der Strasse. Wir sind ja auch der Strasse. Wir haben die Strasse. Das ist ja auch der Strasse. Aber das ist ja wirklich so ein Ball. Wir sind ja auch der Strasse. Oooo! Oooo! So, ich bin ja auch der Strasse! Du bist ja auch der Strasse. Aber das ist ja auch der Strasse. Aber das ist ja auch der Strasse. So, abgefahren. Ja, ja, ich bin auch angepackt. Dann müssen die Führer mit dir gehen. Wo hört man die? Ich bin das im Briefing. Oh, ich bin da. Oh, ich bin da. Oh, ich bin da. Oh, ich bin da. Oh, Klauenkind, Alter. Ich weiß nicht, weil... Jemand holst das Silverspiel? Ach, ich weiß nicht. Ja, ich bin da. Ja, w Shiny, SMS! Ach, Sie suchen dich mit Republicen Moving. Ach, das ist es noch nicht crown pourrait. Klauen sind 4 Mitteln für die Birke 35. Mö mm, die Putting in Yurkar! Amzuge zwei. Hallo? Auf! Das wäre eine riesige Scheiße und Essen soll ja so gesund sein. Oh, lass den Schleimel gehen. Das ist ja so schön. Ein Ferdig-Pelsen. Wir wollen das Ferdig-Pelsen. Wofür hat der Kumpel den Kreuz getötet? Wo ist denn die Pfad auf das? Schnauze! Ami! Du kleiner Schwiebel, Alter! Ja, jetzt kommen wir ruhen! Du Gumbahuhn! Ja, jetzt kommen wir ruhen! Du Gumbahuhn! Hallo! Ferdig! Du gibst dir nicht im Fernsehen! Ich bin nicht ruhig! Das ist wirklich so schön, Alter! Okay! Okay, ich könnte mal in der Schilder sein wieder verpustet. Ah, deine Kinder, hallo. In die Kamera ein bisschen machen. Oh, ich dachte, Mann. Ein bisschen, das sieht immer gut. Andere. Guck hier jetzt erst mal. Ja, das ist besser als auch gut. Ich muss nicht sagen, dass die Kinder sind da. Okay, hab ich mit den Werden. Ich habe ja auch nicht in der Kapiton, aber wo wir spielen, ey. Der Maßenbrot, genau. Das sieht ja bloß gut aus, aber es ist ja, die haben sie hier noch nicht. Und dann meiner Meinung jetzt. Und mit Hörerung Musik spiel ich eure Sache. Nö, Mundhara! Wir sind ja immer Trecker, aber das bekommt man so. Die nächste Woche ist sechs. Oh, ich bin ja auch. Mach nicht so eins, das ist die Uhr wieder. Ich bin ja auch noch ein bisschen. Komm mal her, auch noch ein bisschen. Hi, Junge. Na ja. Hallo. Ist hier noch die Spiegel? Wo die Spiegel haben, mein Freund? Was hab ich dir überhaupt nicht anwesend sein gesagt? Du musst dir ja mal anwesend sein. Das ist weil eigentlich kein Spaß. Ich bin ja auch ein bisschen dran. Ja. Und dann geben wir uns dort das jetzt noch mal. Hallo. Hallo. Hallo, du hast eine gute Freude. Boah, du hast einen guten Spiegel als du. Wollt ihr die Bettel hätte wieder in den ganzen Stunden machen? Na, dein Kumpelsklettern. Na, du bist noch ab. Tschüss. Oh, du siehst aber schön. Wie ist das? Wie ist das? Lass dir eine Hose an, ey. Ist doch tustig doch nicht. Wann los? Ja, lass mir nicht an. Hey, komm. Wie bist du? Wie bist du? Gut. Mein Lieblingswort, meine Augen können nicht. Ich hab dich auch geschrotte, ja. Du bist ja ein. Du hast zwei vor den 14 Stelzen. Naja, ich hab mich doch erst mal. Du bist ja ein, ich hab mich doch erst mal. Du bist ja ein. Wie bist du denn? Du bist ja ein. So, zwei vor den 14 Stelzen. Naja, ich hab mich doch erst mal. Du, die fände ich ja auch mal. Ja, zurück! Bitte schön, Peter! Danke schön, Peter! Grüß! Grüeziyng Sind Sie Jonathan? Grüeziyung Gut beginnt! mal da in der Nachbeetton Hallo! Jubiii! Da steht eine alles an Bo payroll und hier Das ist eine Aufmerksamkeit. Ich kann es machen, aber ein bisschen ist es leicht. Okay, heute können wir walken. Das ist schön. Hallo. 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 Das war Wahnsinn. Das war ein geiler Zwischen. Das war ein bisschen angenehm. Wie kommt es weiter geht? Es ist gerade für uns. Der sprittet ja richtig durch. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Hey, Kumpel. Mr. Moonwalk. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Wir sind dabei. Wir sind dabei. Das ist schon ein bisschen angenehm. Wie kommt es weiter? Das ist schon ein bisschen angenehm. Das ist schon ein bisschen angenehm. Ich bin dabei. Arbeit hier. Uwe Kvipa. Schön über Uwe. Jetzt geht doch mit der Person wieder ein. Hier geht es in der Schallgeist an. Ich muss sich erst mal warten, bis man den Leben nachgeführt wird. Hier geht es doch mal eher, wenn es macht uns ein Betriss. In der Schallgeist. Das ist ein Blöden. Du willst nicht das Publikum oder was denn? Das ist die erste. Das ist die zweite. Tusken. Hey! Ich bin dabei. Was ist denn da? Bist du ein Stürich? Ja, das ist ein Stürich. Halt ihn nur, bei einer, aber nicht so. Ich bin ein bisschen gehorcher, ey. Was willst du? Du kannst nur noch was für deine Frotzen stecken, Alter. Was ist denn da? Was ist denn da fertig für dich? Hast du noch Kinder? Oh, jetzt hab ich das aber nicht gemacht. Oder hast du etwa Kinder? Ach, du kannst Kinder beigetragen. Das ist so. Ja, das ist so. Oh, das ist so. Oh, das ist so. Oh, das ist so. Nein, okay. Dann lauf dir mal weiter. Dann lauf dir mal weiter. Nein, ich bin nicht auf dem. Ja, das ist so. Ich bin nicht auf dem. 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 Nein, ich bin nicht auf dem. Hallo, das ist so. Hallo, das ist so. Oh, das ist so. Wir machen nicht Schwimmarki, wir machen nicht Schwimmarki, wir machen nicht Schwimmarki. Hier ist die. Ich bin bei des Ostern. Ich bin bei des Ostern. Ich bin bei des Ostern. Juppie! Und noch mal! Ich bin bei des Ostern. Ich wollte alle die Fläser poliert. Das ist doch bärlich Scheiße. Jetzt mal hau es runter. So. 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 Das ist eine gute Frage. Sag mal, sag mal. Boah, super. Es geht nicht. Die Strecke. Ich finde, Power hat da. Boah, der ist ja gut. Die ist ja gut. Hallo, die Länge. Willst du das, mein Kind? Ich weiß, um wirklich nicht hier zu sterben. Wir wissen, was hier drin ist. Wo ist dein Pumpe, Alter? Wo ist dein Pumpe? Wo ist dein Pumpe, Mensch? Wunder, das hat er nicht informiert. Nichts stimmt, da wer es bleiben kann. Oh, mein Pumpe! Oh, mein Pumpe! Oh, mein Pumpe! Ja, genau. Nicht so negativ, eh. Ich habe die Sätze umgebracht. Ich habe Schade. Ich habe Schade. Schade, das ist ein Pumpe. Ich habe Schade, das ist ein Pumpe. Ich habe Schade. Ich habe Schade überlegt, die Strategie. Ich habe Schade. Oh. Ich habe Schade. Ich werde hier Schade aus. Ich werde hier zum Pigoulam-Wähle, ey. Das ist ja immer die Größte, wie dupackst n hier. Ich habe in der Nachtschwein das. Eindachschein, halt! Das ist ja gut. Was hast du doch eigentlich nicht? Ja. Es steht Nomi für. Bombi. Zambi Die Spressen, weiß nicht. Komm doch mal her. Und... Okay... Das ist ein Dach für den Dach. Mal wieder den Dach. Oh, das ist ein Schraßen. Hallo Glöckse, Alter! Oh, früher! Oh, früher! Niemand kann sehen, wie in meiner Kontos im Polz. Oh, es ist ein Schrauben! Auf Potsdamerabelsberg. Oh, das ist eine meiner Kontos im Polz. Ich bin ein Schrauben. Wiener! 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 Wann tsinst du das eigentlich aus? N horrend als Wünscht! Wiener! quite 800-wünscht! Hey, das ist gelato, Alter! Was ist denn los? Ja, aber du unternehmen es nicht so den Mauch. Aber... Weißt du? Aber es geht doch nicht Fieberkolle. Hast du das? Oh, das ist nicht so. Denn! Nein! Denn! Hahaha! Grüß Gott, wie der Name. Hey! Ich war einfach so doll, nicht zu sein. Ja, aber... Wie ist der Bruder, Alter? Wie ist der Bruder, Alter? Wie ist der Bruder? Wie ist der Bruder? Hallo? Ja, du hast die Gebühren. Wie ist der Bruder? Es gibt ja keinen Zee! Hier ist aber noch oberen Zee! Ist der oder? Wo ist der Bruder, Alter? Grimmts klar! Ja, du bist der Bruder! Aber willst du nur denken, da war es in deinem Leben? Ja, wie ist mein Gegenstchen? Ok, wir machen aber nicht, weil es hier gut war. Warum ist das? Müssen! Oh, wir haben schon einunddreißig. Ja, das ist nötig. Ja, das war noch nicht nötig. Kaiser, wir haben das erste Mal direkt. Hallo. Sollte Entpacken? Nee, 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 nee. Ich hab die Kippe in Zimt noch nicht besiegt. Immer kurz anstricken. Ich hab die Kippe in Zimt. Ja, ich bin da kommen. Ich bin da Kippe in Zimt. Ich hab die Kippe in Zimt. Ich hab die Kippe. Ja, ich hab die Kippe in Zimt. Oh, das ist nötig, ja. Oh, das ist so lang. Wir müssen erst mal rübergehen und müssen was besorgen. Und nein, nicht was ihr jetzt versteht. Also kein Nürnberg. Ich habe schon etwas erwähnt. Ich weiß, nur noch mal verzog ich es nicht. So, wenn wir es nochmal zurück. Das ist ein Kind. Hallo. Wir haben jetzt alle Monster in Oberbänden. Wir haben jetzt alle Monster in Oberbänden. Hallo. Hallo. Oh nicht, wie ich weiß. Jut. Nein, das ist jetzt hier. Scheiße, Jan. Er war auch bloß ein Mann. Ja, hat er auch in den Skiletten. Hallo. Der kleine Rüfte ist. Nein, das ist hier. Er hat auch nur ein Mann. ZOMBI! 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 Wir machen mal kurz einen Körd. Ich bin bei meinem Koffer. Hey, Juhi, komm her. Komm her. Kannst du gucken oder was? Komm, Rieper. Rieper. Komm, lass dich wieder aus. Hey, du bist immer die Fläuze ausbehindelt. Möchtest du nur frei raus? Ja. So, das gibt es dir. Oh, das ist gut. So, das gibt es dir. Ja, ich weiß selber nicht Potenzial, liebe Zuschauer. Hey, komm rüber. Dann können wir dich aus, Alter. Dann können wir dich ausnehmen. Dein Kollege greift auch gleich hin. Ja, ich bin der Riemer. Ja, gut. Dann mach mal her. Ja, ich bin der Riemer. Ja, ich bin der Riemer. Ja, ich bin der Riemer. Löst du Karte weg, Alter. Ja, ich bin der Riemer. Genau. Ja, ich bin der Riemer. Hallo. Hallo. Ich bin der Riemer. Ich bin der Riemer. Ich bin der Riemer. Boah, das Ding ist doch schon ganz gut. Das machen mir jetzt so viel Ärger. Ja, ja, ich bin der Riemer. Ja, ich bin der Riemer. Was kommt denn nach der zweiten? Ich bin der Riemer zu sagen. Aber jetzt nicht, dass die Leute... Oh, ich bin der Riemer ausgesongt. Aber es ist jetzt einfach nicht mal so angezuer. Das ist wohl nicht wahrscheinlich schwer. Das ist nicht... Warte mal bitte hoch. Ja, ey. Das Gugn рокsteine. Hei Jo. Vom Jamund war es schon, heute Sweater. Das Gugn, meine Kräfte, jetzt will ich noch. Am ande und Michael, It's first time Now we have to go and get the pace The problem is the other thing is He's a big kid 1, 2, 1, 3 2, 3 Ohhhhh A better person A little girl Me is done Wo bist du es? Da ist einer! Wo bist du? Oh! Wusst ihr, wie was du denkst? Oh, schön! Du denkst schon nach Füße, Alter! Wo bist du da? Was ist der Scheiß-Ender-Enderscheid eigentlich? Warte! So! Alles gut, ja! Das ist doch gut! Hier! Du bist so scheiße, ey! Du bist so süß! Er muss da! Er muss da! Hallo, er muss da! Hallo, er muss da! Was gehst du da ab? Warte! Ja! Er muss da! Hallo, er muss da! Du bist so süß! Du bist so süß! Du bist so süß! Du bist so süß! Los, Skelett! Du bist so süß! Hallo! Juhu! Da ist er! Du bist so süß, Mensch! Immer mit Geduld! Ey, du faszig, Alter! Komm mal! Wo ist die Lesser? Da ist er! Und Acai-Guy! Wir sehen uns erneu! Zombie, wir sehen uns erneu! Wir sehen uns erneu! Wir sehen uns erneu! Hallo! 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 Und so scheiße! Elend! Und? Ja! 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 Bitte, ich würde euch empfehlen, auf den PC zu kommen. Nein, 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 nein. Das ist auch der Kante. Nein, der geht mal so ein bisschen auf Strattung an. Manche machen es so gut. Und? Das macht gut. 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 Gut, das macht gut. Das macht gut. Das macht gut. Nein, das ist dann gut. Das ist Hugin. Ihr seid ihr lachen. Ihr werdet jetzt ein bisschen geduld sagen? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Nein, ich weiß es nicht. Wir sind, ich glaube... Ihr schreckt einen dick. Ich weiß es nicht. Ach so, gibst du dich nicht hier? Ja, das ist schon mal. Okay. Der Junge hat die미zelne. Der Junge hat ein klipp. Ich weiß nicht, was wir jetzt nicht so lange machen. Hallo? Ich glaube, wie viel Bock ich habe. Jetzt habe ich ja noch Bock. Ja, ich meine nicht. Komm, wir machen, wir machen. Ich bin dein scheiß Schallgei-Kollegen. Er ist der Klügere. 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 Er kann sich gar nicht mehr rühren, mit der A4-D-Kollegen. Er ist der Klügere. Gut, nein! 1, 2, 0, 0. Mach doch. Stimmstress. Hallo, guten Morgen. Jetzt geht's weiter. Hoop! Oh, hey! Ab einer Stunde kommt dann wieder das Zombie-Satten-Desk. Nein. Ab einer Stunde weg. Der Tal ist jetzt anzuhalten. Wenn ich eigentlich noch eine Rechnung habe. Ja, das letzte kam dann wieder die Verpflichtung. Nein. Immer noch dran überlegen, warum er jetzt so fehlerhaft ist. Ja, das ist immer ein bisschen mehr. Aber ich weiß jetzt nicht, was in der A4-D-Kollegen ist. Ich weiß nicht, was in der A4-D-Kollegen ist. Ich weiß nicht, woran entliegt, dass er so ein Test packt. Aber auch bis hier ist besser geworden. Aber auch mal. Na, kaputt. Na, kaputt. Los mit, los, die. Ich hab nicht los mit, das wieder. Ich weiß nicht. Na, schenk nach außen. Du hörst. Ja, das ist überhaupt nicht so vielfache hier. Wie ist das hier? Wie ist das hier? Ich wollte doch aufs Losboxen. Aber jetzt nicht hinterher. Das ist wiedersehen. Das ist der Scheiße. Ja, das ist doch nicht so vielfache. Oh, ja. Ja, den Zombie drohen uns hier. Ja, was macht's? Ja, nicht so eine Scheiße. Ja, das ist doch nicht so. Ja, das ist doch nicht so. Ja, komm. Ich hab jetzt noch keinen für dich. So, komm. Du bist da. Ja, du bist da. Komm her, Sack. Ja, du bist da. Ja, du bist da. Ja, du bist da. Ja, du bist da. Komm her. Ja, du bist da. Ja, du bist da. Ja, du bist da. Ja, du bist da. Ja, ich hab' ja gesehen. Ja, du bist da. Ja, du bist da. Ja, wahrscheinlich nicht, dass ich da mal. Ja, du bist da. Ja ... Oh, wie haben wir die Hexe? Ich bin ein Fan. Ich bin ein Fan. Du bist immer nicht cool. Seid ihr alle schon geil oder was? Du mein Fluss und Wasser kennst du hier? Ja, ey, hier! Ja, sehr härter, sehr härter. Das haben wir alle sehr schönes. Ja, wir haben alle sehr schönes. Ja, aus dem ich glaube ich. Kannst du schreiben, wenn du noch mal kommst, ey? Na, hier klingst du dich? Nein, der immer nicht mehr. Wir waren immer nicht so viel, doch wir sind immer noch nicht mehr. Nee, schon. Ja, binne! Ja, binne! Ja, schon, wenn ich mal in den Autos kippe, ich spiele dich auch. Et wir bevorste es einfach... Ja, komm, weigeli! Was seid ihr knapp? Wirst du eisen, oder? Okay, komm doch mal her! Ey, blut's nicht! Da haut die Brasse einfach wieder ab! Ja, ja! Ja, das schmeckt oder was? Ja, ja, ja! So, ich habe mich jetzt 3,5 Stunden gezockt, also bis zum nächsten Part. Jo, willkommen zurück! Ja, willkommen! Ja, ich habe jetzt weiter so gesagt! Wunderschön! Ja, ja, schön, aber... Schauen wir doch noch auf Mokka noch! Wunderschön! Hallo! 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 Nein, ich habe hier. Willst du mich verarschen, Herr Nassai? Du hast dich schon wieder da gebraucht, oder? Oh, meiner Frau. Hau nicht auf, Herr Nassai. Nein, das ist schon gut. So gut, so gut, so gut. Ja, hier macht es wunderbar. Alter, das ist mir mein hässliches Alter, aber... Du hast dich nicht. Hey, das hat mein Schlammler. So nett. Hast du dein scheiß Freund, oder? Nein, nein. Nein, ich bin mir nicht. Nein, ich bin nicht im richtigen Himmel. Es ist ein bisschen peinlich, aber was Neues. Es ist so langweilig. Was willst du gleich? Nein, ich bin nicht im richtigen Himmel. Nein, nein, nein. Du bist so langweilig. Du bist so langweilig. Du bist so langweilig. Du bist so langweilig. Nein, du bist so langweilig. Was willst du denn mal? Der ist so langweilig. Komm doch mal raus, ey! Du bist so langweilig. Mein Gott, der Kinn ist Diamantswurst, und jedenfalls bei der Natur auf unsere Sicht verbinden. Hast du richtig gebraucht? Du, hei. Deine Scheiß haben wir natürlich gerade von Feier. So ne böse Witznahme. Refrain! Jetzt kannst du sein. Dann legst du das Geruch so ein bisschen so. So lange wäre das nicht gekommen. Hey, was ist das nun mal? Seine Mavisage und die Gebäude. Oh, es wird dann gerade auch nicht so. Oh, ich glaube. Du wirst ihn wohl wieder nach Verzöller was, he? Oh, da ist ein Mühe. Also da gehe ich auf jeden Fall rein. Der Fischer sind geschehen. Wo ist der Fischer? Du bist doch nicht. Ich hab's nicht gebraucht. Der Fischer ist ja nicht ausgeboren. Er ist ja nicht ausgeboren. Er ist ja ein Kampere ab. Er ist ja nicht ausgeboren. Er ist ja nicht ausgeboren. Er ist ja nicht ausgeboren. Es geht so. Wie war er ja nicht ausgeboren? Wie war er denn? Wie war er denn jetzt? Wie war er, wie war er denn? Hallo Marco. Hallo Marco. Hallo Marco. Wo sind die auch so? Der Sänger geht, der Schräger fuß. Aber was ist das? Ja, aus der Ehe. Wir sind ja immer wieder auf den Karten. Wir sind ja der nächste Tag im Nuss. Wir sind ja der nächste Tag im Nuss. Hallo. Hallo. Es geht alles gut. Hallo. Hallo. Wir sind ja der Rest. Wischt, wischt, wischt. Oh, ein Zombie! Was ist jetzt? Was ist die Ruhe? Ich möchte darauf an, dass der Einzige von einem Konzert hinterhalten wird. Ah! Überfassung ist der Eftel! Alle Mann ruckten! Zombie-Lappen! Erstmal nachlauten! Das ist ein Zwerger! Sie haben 15 Minuten lang! Das ist ja alle! Wir sind auch in 7 Uhr nach! Was ist das für Sie? Ich geh mich einfach mal auf! Ich geh mich einfach mal auf! Ich geh mich eigentlich immer an! Ich geh mich jetzt noch auf! Aber in der Pepe nehmen wir jetzt noch mal, das ist egal, was von mir ist. Da hat sie mal ganz richtig gesehen, dass ich mich hier aufgeregt habe, obwohl... Ja, mach doch, genau. Ja, mach doch. Ich habe viele Probleme. Probleme zu lösen haben. Mit seiner Freundin. Wie gesagt, die scheiß Box drin, da regnet ja irgendwie drauf an, dass ich mich hier lege. Oh, der Spielfahrt. Oui, oi, 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 oi. Kör, oi, 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 oi. Ey, wann mach das? Komm, das ist der Film. Welch, ich denke doch. Wie gesagt, ich hab' den Päck. Wo sagt, ach, wir haben einen Längel für den Schacht. Wie? Ich hab' den Peck. Oh, look. So, hör mal raus, bist du recht oder so? Na, mach mal. Darin bitte keine Dank, Alter. 30 Stunden jetzt auf, da machen wir. Fünf, zehn Minuten, werde ich wieder den Weg machen. Ein, was auch. Natürlich, sag mal, voll. So, deine Foto, ja. Ey! Ja, aber warum? Ja, legst mich auch ran. Warte, ist ja munter. Wenig Meter im Spiel, oder was? Eins, zwei, drei, sechs, sechs, sechs. Und dann sollte er sich nicht abbrechen. Wird auch weg. Halt dich! Verlats! Für die ganze Stunde nicht mehr. Ich finde, das ist ein Zombie-Dach, Mann. Auf einer Map, waren fast schon immer ganz gut. Ich hab das WLs gerade gepasst. Ob ihr damit zufrieden seid? Weil die da so viel da schon hergekommen sind. Aber das war ja eigentlich sowas von scheiße. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Oh, die Scheiße, da ist ja. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, du machst mich zum Kind, Mensch. Oh, Mensch. Hallo! Oh, ich rüberpacken bin da. Oh, sag mal, warum brichst du dir einen Freund um, ey? Ja, die Schwiegau kann die Katze oder was? Kann die Katze? Ja, ja, ja. So, schau dir doch mal ab. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Na, ne Katze, die auch immer? Kann die Katze schon jetzt freuen? Ja, das wird zu stress. Ja, ja, ja. Ich bin leider frei, weil er dann Sachen zusammen hat. Ich kann gut, den ich gerade bin, ja. Kann ich gut sehen, ja. Ich bin leider nicht mehr. Ja, ich bin leider nicht mehr, aber ich glaube, ist, das war so viel zu stressig. Ja, denn der Hände, der wurde vor ein paar Monaten auch, obwohl das Jahr noch war. Das ist natürlich da auch. Der Hände nochmal ein bisschen besser als zu der Mario und der ist der. Der Hände, der hat sich nicht mehr aus. Ach, ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ja, du isch und isch, ich bin nicht mehr. Ja, das ist die Gegrüße. Hallo. Ich sehe euch alle, ey. Was? Ja, das ist ein Mystic. Alter. Eigentlich sind sie wieder. Ey, deine mystischen Freunde sind gestorben. Ich weiß aber nicht. Gute. Oh, eine Ausrede. Ja, und jetzt gehen wir wieder vorhin. Oh, ja. Oh, ja. Guck mal, Maka Konto. Ich bin nicht mehr. 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 Meine schönen Augen da. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich war nicht mehr. Ey, ist das? Ich hab alles hier. Okay, next. Ist er, dicker. Oder ist auch nicht mehr. Das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Das ist gar nicht. Wow, eine ganze Versammlung? Er hat etwa... Das hat gesetzt. Wie macht das? Das hat gesetzt. Wie macht das? Gerät? Hahaha. Hallo. 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 Was willst du, Alter? Du bist ja hektisch. Das tut es nicht. Das ist ja scheiße. Hallo. 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 Kommt doch! Kommt doch! Oh, ich hab den Knie verlass mich runtergekleidert erst! Jetzt kommen wir an die Knie! Wir werden jetzt circa nach 8 Minuten oder 10 Minuten jetzt die Case Westinger, wie man das nennt. Kommt doch! Irgendwann geht's die Nacht! Ein Pudatak früher als Kind immer hier mit dem Knie gespielt. Ich bin genau in den Knie da jetzt rein. Jetzt sind wir noch nicht. Das ist ein Ruhm. Ich hab das Ruhm. Der Knie trägt die Hände. Der Knie trägt die Hände. Der Knie ist in der Knie an die Hände. Das ist wirklich ein Ruhm! Alles klar! Oh, das ist drin! Die habe ich in die Hände. Das ist für mich natürlich. Wenn ich jetzt den Sand ist, jetzt kommt der Sand ist, jetzt haben die Vertakt. Jetzt haben die alle im Backen. Und jetzt ist der Himmel und irgendwann habe ich den Himmel. Ich kann gerade nicht hin, Alter. Ernsthaft? Nein, nein, nein. Wir haben auch zu, wie Sie sagen. Hallo, dein Abonnent ist hier. Kannst du ihn antworten? Ja, ich habe den Himmel. Ich habe den Himmel. Ich habe den Himmel. Damit bitte der coolste zum Frühstück. Wie gesagt, ich hatte mein Klauchschas, aber normale Schasen. Das werden wir nicht wieder machen. Oh, Mensch, der ist ein Spinner, aber das hat ich dir ja getan. Hey, Mundwork. Hey, ich wollte essen. Blaubi, Blaubö. Was kannst du? Mit euren scheiß Wasserspielern. Oh, komm doch. Wasser ist nicht schön, Wasser ist nass. Na, schau. Das ist eine kleine Schlammung. Ich bin schon wieder Kassel. Komm doch mal rein und dann wieder mit, ey. Ja, da ist er. Du würdest es aber hier ein bisschen anwenden. Ja, ich denke, ich fühle mich einfach. Hallo. Der ist der erste Länderscheiter. Das ist Goygoy. Ich könnte immer noch was sehen, ja. Ja, aber jetzt ist die Dunkel. Schön, dass die alle hier sind. Schön, dass die alle hier sind. Und dann haben wir ja noch ein bisschen an den场ером Einheimischen. Und dann haben wir den Kamm. Ja. Du hast meinen Schaf, hast du keine Manieren. Verstift dich. Das ist nicht. Du hast mir den Schaf, hast du keine manieren. Die Schaf.. Was ist die Gläser? Das ist alles, das ist ein bisschen da noch verbracht. Oh, oh, oh. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Wie sagt er da? Das ist doch was, das ist ja. Das läuft immer wie so ein Gäste ist. Da kann ich das nicht mehr. Ich bin auch nicht mehr. Ich muss noch mehr, die machen, die ich so. Ich muss noch mehr machen. Dann sind die ganze Zeit. Wow! Ich glaube, im früheren LB habe ich es nur mit oben gespielt, das ist immer ein Nachkampf hier fest im Laufe. Wollen Sie mich hochrücken? Ja, gar nicht. Ja, machen wir kurz mal in den Kopf. Komm, wir sind sofort fertig. Oh, komm, 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 komm. Wollen wir mal ohne Aufborderung? Keine Ahnung. Ey, Creeper, rassist, wie lasst du es glättern? Also, er hat ja was in Creeper. Das Ende ist, dass wir drauf gehen. Nein, Creeper muss nicht besiegen. Ich bin aber nachher wieder ganz freundlich. Wir kommen zurück zur letzten Zeit. Ehhhhh. 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 Piaaaah. Ehhhhh. 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 Wie bist du der perfekt der Biss? Ehhhhh. 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 Werst du das freundlich gesehen? Ehhhhh. Hallo, wie war's? Was geht's? Was geht's? Wie besser ist das? Kann man sein? Nein! Nein! Ich sagte, nein! Hatte ich schon vorhin? Hatte ich schon vorhin? Hatte ich schon vorhin vorhin? Was sind wir denn? Nein, 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 nein! Autotapier? Ja, wie viel aussieht? Ein kleines Privat. Den können wir noch alleine fahren. Ich muss wieder benehmen. Nein, nein, nein! Was? Oh, der Mutiger! Die Schanke ist frei! Hallo, Mr. Scherz! Was ist denn? Stoß? Ja! 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 Mir ist Literally. Ich war wahrscheinlich wirklich mal essen. Das ist ja so einfach nur die Leute. Nein, packen die jetzt mal die competence. Ja, ihr alte ist ja schon so ein Name. Ja, das ist doch schön. Dann sind wir Exp estimates! Hä?! Ich gucke! Und jetzt ist für Wahk ich könnte meinen den Sieg. Das wurde mal die congestätten Angelinappege. Als Lerabpandeer dass der mich abwecken können. Sie coatedzen ich mich gar nicht woher! Ich habe den Skillert hier im Vorhang gelassen, weil die letzten Minuten für die Renten in der Mutzung nicht abrennt. Ich muss mich jetzt beeilen. Jetzt sieht man, weil ich das ganze Gesicht habe. Ich habe wenigstens am Montag sterben. Ich habe wenigstens am Montag sterben. Ich glaube, die sitzen alle verbrusten. Ich glaube, die haben alles 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 verbrusten. Damals Fitness-Hexe. Ich glaube nicht, dass wir hier noch abschocken suchen. Naja, okay Leute. Das war jetzt mit diesem LP. Ich habe wieder ein bisschen Zombie-Wirbeldung. Aber nachdem wir nicht getreten, sind wir ohne. Nein, ihr wisst's. Also werde ich mich jetzt freundlich verabschieden. Bis zum nächsten LP, bis da. Wir sind die Teile zurück. Hallo Leute. Willkommen zurück mit. Zombie-Wirbeldung mit. So ein Zelle und Satz um 22. Jetzt habe ich ja so gesagt, ich renne. Du spieler Urlaub auf Hawaii. Außer ich habe die Höhe. Wow. Warte. 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 Wie kann man so dumm sein? Wie kann man so dumm sein? Warte. Okay. Warte. Oh, ja. Man kann sich nicht alles klar. Warte. Nein, nein. Vergiss er jetzt? Häh, na, nein, nein. Oh, ja. Doch, warum? Bei mir hat es dich hinglaufen. Da war es so. Ich wollte ... Ich habe nicht gespürt, aber ich hab nicht geglaubt. Ich spür das. Irgendwo ... Entsich? Oh, wie? Zwei, drei, drei. Zwei, drei ... Zwei? Zwei? Oh, der ist ein Eisenwagen gebrochen. Das ist ein Eisenwagen. Der ist ein Eisenwagen. Das ist ein Eisenwagen. Das ist ein Eisenwagen. Der ist ein Eisenwagen. Die der haben die Einstein-S Просто doctors. Bist du jetzt? Und ich glaube, damit kann es auch unbeschwert werden. Wie war's? Auch wieder eins. Ja, hallo, auch wieder eins. Ja, schön, zu gerne rum. Und jetzt? Aber könntest du dann erstmal auch so gut ölen? Dann kann ich ja ein bisschen, ich möchte ja. Ja, kann ich mir 30 Minuten. Okay. Ach, die, ja. A, U, S. Du meinst, du meinst, du meinst, du meinst. Du meinst, du meinst, du meinst. Du meinst, du meinst, du meinst. Du meinst, du meinst, du meinst, du meinst, du meinst. Nee, das ist wahr, Pottin, wahr? Mach, wir, schau. Okay, wir müssen sogar Fieber setzen, wenn wir es nicht gut machen. Mach, mir, was? Nein, 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 nein. Das ist aber toll. Ja, das ist wirklich, ja. Das ist ein Nervenster Mario. So, wir laufen da drunter. Ja, die Typen haben wir uns nicht drunter. Aber eigentlich hat das auch gesehen, das so von dem Jahr. Ja, wir wollen da drunter. Ja, wir wollen hier drunter. Ja, das ist ja auch gesehen. Aber hier ist ja auch kein Gefühl. Ja, die ist ja bei der Einer-Mann-Hagestrich, also hier ein bisschen schön oben. Ja, das ist ja auch in einem Stubi zu uns, ich bin da. Ja, da. Leitens, ich bin da. So, die Catherine, das sind wir hier mit dran. Junge! Du bist tot! Du bist tot! Du bist tot! Unser guter Schlofern ist der Rund. Hey, mach's wohl! Das ist ein bisschen klug, wenn ich ihn so lebe. Das ist mehr als eine Minute. Dann haben wir noch einen Follower. Und ... Sieht sie? Sieht sie, wieht sie? Ja, das ist ein bisschen. Aber sieht sie, wie ich sie so lebe. Aber sieht sie, wie ich sie so lebe. Ich habe sie nicht so lebe. Ich habe sie nicht so lebe. Hey, mein Kind. No? Hey, die Kind. Ich habe sie nicht so lebe. Ich habe sie nicht lange gesehen. Hey, Freund. Oh, der Säcker, der Erwachsene Säcker. Geh, noch einen Koffi. Geh, es war steil. Und die hat doch ein bisschen dumm, Alter. Tschüss. Wir haben eine Hände. Wir haben auch so einen Steil. Aber das Reden dachte ich an, die haben die Rücken hier. Ach, okay. Ich dachte, ich dachte, der bei der ... Ich wünsche einen Aufmerksamkeit. Hast du dir immer Gelanchine drin gemacht? Nicht so? Ja. Das ist meine Frage. Weißt du denn, ich kann einfach die ... Also, du gehörst ihm, dann habe ich keine ... Ja. Er hätte den Kollegen, er hätte. Ja. 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 Das war mir so, was für ... Ich kann doch mal her ... Na, da kann man so vorführen. Ja. Ich würde mal ... Ich heil keine Beine. Wow. Ja, aber das ist dann nicht so. Ich bin der Wärme besser. Bei mir ist es so ein bisschen wie ein bisschen damit. Gut. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin unser. Ah, ich bin so. Ich bin unser. Ich bin unser ganzes Mal. Ja, ich bin unser. Ich bin unser ganzes Mal. Ich bin unser. Ich bin unser. Nein? Ich bin unser. Ein wichtiger Hinweis, bei Hexen keinen Rücksturz verwenden. Nee, die kann er auch nicht verwenden. Ich hab gerade auch geschmeißen. Jetzt kommt der Countdown. Ein Kollege hat sich gerade verschillt, was soll das? Ja, aber muss man nicht. Ja, das ist gut. Dann geht's, dann geht's. Oh, wow. Das ist noch ein kleines Stück. Das ist noch ein kleines Stück. Das ist noch ein kleines Stück. Ja, das ist noch mehr. Hey, spring mal ein Ränser weg. Jo, damit kann es nicht weggehen. Ich sagte dann, ich stehe mich nicht durch. Jetzt hat's noch ein kleines Stück. Ja, das ist noch ein kleines Stück. Ja, das ist noch ein kleines Stück. Mit Abliegenfassen bei Getschabung. Let's take my side. Ja, dann dribbelt man scheinen Fuß, alter. Ja, das ist so cool. Ja, das ist so cool. Frech Scheiße, ey. Ich hasse es, wenn er Fuß dribbelt. Dann kommen wir nämlich die ganzen MBCs. So Leute, jetzt kommt der Countdown. Ach, lasst uns. Das ist Diamond Swords-Standard. So, meine Kleine. Ich erleiche das noch auf den Leicht. Ganz so zu versetzt. Und nochmal. Wenn ich lieber ab und dann gehe ich mal rein. Ich hab die Verletzter geholfen. Bist denn du, Alter? Hä? Und dann lege ich ja. Alles gut. Mal sehen. Und. Tschüss. So, wie gesagt. Ich hab keine Chance. Hier ist blöd. Ach, ich schau dir die Schneider nach vorne rein. Hier gehts gut, aber. Hier ist dumm so. Wie ist das in den Füßchen? Die höchste Haaren sind die, selber darf ich nicht sagen. Ey, geh doch mal. Du bist so dumm, ey. Blödes kleines Kind. Was hab ich mit Schreiben gesagt? Ja, wie ist es? Ich musste noch.. Darf ich mich in die Höhe betrachten. Dann wäre das Ganze auch damit. Du hast es mal.. Vielleicht mal.. Du hast es mal. Du kannst doch auch mal auf den anderen Seite gehen. Weil das sollte auch macrie jetzt mal fahren. Du machst es. Wo gehen alle an Bordelettor? Äh, ja. Ich bin er. Wer ist der? Ah, ja, ja, ja. Humans! Oh, was ist das? Böse? Nee. Tö doch mal. Wolltest du ein Täter, wenn du Täter töst? Ja, 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 ja. Oh, du siehst. Du siehst aus wie der Zombie. So, hey. So, hey. Ah, ja, genau. Ey, lass weg die Glocke. Ja, wir haben noch sogar eine volle Funde. Ähm, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. In 3 Minuten mach ich den Potteln an. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Was willst du so dumm denn los? Ich, das ist ganz ausmacht. Ich würd sagen, uahhh. Du bist so süß, ja. Naja, ja. Noch nicht. Ja, ja, ja. Da, ja. Na, du hast doch den auch zu sehen. Ok, ja. Ah, ja. Ja, ja, ja. Wie tief ist! Oh, wir haben noch recht! Na, ja, ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der muss doch auch mal hier. So im Papier ist der einfach so lang. Das ist ja wie gemein ist. Hat er denn hier? Ja, das ist ja auch keine Wiese. Kommt mal auf die Formen. Wenn wir immer sagen, wenn wir irgendwo wirklich für uns Stagen suchen. Ja, ich habe gedacht. Wo hört man die Erflinge? Ja, das ist auch ein... Musiklaus-Dinner. Die Musiker aus denen, die Musiker aus denen, die Musiker aus denen, ja das bist du. Noch einer! Steck dir an den Ego, hallo. Ich bin eigentlich, da kommen wir hin. Ja, ich bin heute Morgen. Ich weiß nicht, da sind die Happy-Spotator, ne? Ich bin jetzt wieder auf der Kanal drüber. Also, wenn ich jetzt gar nachher ziehe. Ich bin jetzt mal von kurz zu gehen. Ich bin schon auf Bord, meinst du? Ja, ich bin schon auf. Ich bin schon auf. Ich bin schon auf. So, wir wollen euch noch hier hochgehen, da haben wir uns was. Unsonst, Herbst, dann. Tschüss! So, hab ihr mit dem Video? So, wie auch. So, das ist ja... So, das ist ja für das Bildmeister. Äh, nee, das ist ja... ...und, aber nicht. So, das wird mein Juni. So, komm her! Ja, ich würde viele Dänze kommen. Oh, oh, oh. Ich dachte schon, ich mach lieber. Hab ja gesagt, das Ende ist ja wohl. Okay, es mache ich immer einen Konto. Oh, ich wollte das erste Mal. Ja, wo bin ich denn? Oh, da hier. Oh, nee. 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 Okay, das wird heute zwei Jahre aus. Ja, das ist niemals die Pause. Tschüssi. 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 Glauben, ja. Glauben. Nee, Öl ist. Ah! Ach! Ah! Das steht drin. Du bist immer schwarzen. Das steht drin. Ja, das ist ein Führerwerk. 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 Von Pfeil. Angriff. Wenn er jetzt nicht herkommt, ich schreue die einen. Ich kriege die Fassel. Ja, hier sind Fassel. Ja, hier kannst du mal. Kannst du mal immer zeigen? Dass die sich immer verpfassen dürfen. Ja, genau. Ja, genau. Wie geht's doch? Du hast noch was gegriffen, denn. Willst du mich verarsen? Nein. Ja, der ist so zart. Das ist der Schicker hier. Das wäre jetzt wieder vergangen. Ach, das ist doch immer Schicker. Wenn du ein bisschen schritten würdest du mich gegeln. Machst du so, ja? Okay. Ja, der ist so. Der brauchst du eine Freude. Jetzt lassen die Fiete gleich gerne ab, ja? Ich würde ja empfehlen, wenn er abkommt. Dann ist das Mp auch schon vorbei. Ausstress festlich. Aber keine Sorge, ich mach's auch. Ich mach's auch. Ja, das ist noch kein Geld. Wo bist du? Da sind wir Glam. Letzte Minute. Ey, das ist ja fantastisch, wir zu Nord-Dest überreiten. Wie willst du jemand einmischen? Auf Schnauel. Auf Schnauel. Auf Schnauel. Dann sind die dann wieder vorne. Dann haben wir die erste Karte-Zombie-Wildels extra gemacht, ja. Willkommen zurück zum Zombie-Battle! Ich bin dieser mit John Cello und ich bin aus dem Schaum. Ja, ich bin aus dem Schaum. Natürlich ist da kein Reparatur drauf. Wir haben den Schaum. Wir machen den Schaum. Zwei Minuten. Dann kommt der Pound-Dom. Wir sehen uns irgendwann im nächsten Part. Bis dann. So, gleich bei uns kommt der Zongi. Hast du den Pest? Hast du nicht gepestet? Ja, sie kam nicht raus. Das werden wir auch noch pesten. Nein, nein. Da hast du nichts mehr an was sich das los macht. Da kommt es auch raus. Ist das die Meinung? Hallo. Auf Wiedersehen. Ja. Noch weiter? Ich sehe nur meinen. Ja. So. 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 Die Scharf, die trust nicht. Wenn du ihn gehört hast? Ja. Höre. Ich teste schon mal. Diese sich angreifen. Das macht die Alternativen noch du bist. Das macht mich eure Angst. provenden kann ich ein bisschen. So, jetzt kommt der Karte, jetzt kommt der Karte unter uns. Ja, ist gut auch. Warte, 14.11. Ich hab ne, ich soll nicht weitergehen, ja. Zambi ist eure Früchte. Na ja, mach ich Pause. Mach ich auf den Zauern. Aber ey, Wahnsinn! Das war ein geiler Switch, ey. Das war mal 24. Ja, wir haben fertig. Wie soll ich das machen? Das ist die Playstation, wo er hier nicht aufsteht. Hey, guck mal! Ok. Du bist in Zauber, ich glaube es nicht aufsteht. Okay. Wo ist das? Der jetzt ist das Beste. Okay. Kommt? Die stehen, keine Ahnung. Kommt? Kommt? Kommtf, kommst du? Kommt? Kommt! Ring, ring, noch weiter legen. Dann geh mal kurz raus und mal mal einen Cut, ja? Ja, sorry, wir wollten was nachgucken. Wir wollten gucken, ob es so ein anderer Controller dahin holen tut. Aber es hat nicht geklappt, nicht wahr? Oh, das liegt doch nicht so. Hier ist uns abgeregt, wow. Wo? Das war's. Wie ist das? Das war's. Das war's. Wir sind immer weißen. Ja. Wir sind immer weißen. Das ist immer scheiße, wenn sie weiter ein bisschen was machen. Die dürfen gar nicht drinnen bleiben. Oder die müsste voll mager. Die hat jemand Haushersteller. Das ist immer ein Herz. Schick deine Evo. Schick die Evo. Was für ein Ding hier machen. Und nein, ich bin nicht auf die Marke Warfield. Also Sir, jetzt erkennst du mir. Ich bin nicht auf die Marke Warfield. Was brauchen Sie doch? Ja, wenn ich die Sendung war. Das müssen Sie. Ja, wir zählen hier mit danach. Ich sehe die Minuten so wichtig. ... Wir können jetzt sehen, die stehen wir auf. Den stehen wir auf. Leben. Den stehen wir auf. Den stehen wir auf. Dat ist hier. Die Nöne? Was ist da? Damit können wir mit der Schrauben weiter machen. Das ist die Nöne. Oh, das geht nicht ab. Ist das gut? Ist das nicht genau? Ja, das ist nicht genau. Ich bin nicht genau erlaubt. Ich bin nicht genau erlaubt. Nein, ich hab das nicht so gut da. Es ist gut, aber ich weiß nicht, wie es nicht so gut. Ja, genau wie die Kupen hatte. Ja! Ich kann ihn auf einmal mit. Das ist eine Wagen bei. Ich kann das auch ab. Mario, das ist ein Wagen. Ja! Boah! Dann ist die Mario. 5 Kilo. So heißt sie einfach. Ja. Hahaha! Hahaha! Ha ha ha! Du sitzt nicht so. Aber ich will ja, ich will ja einfach nur auf einer schlaffer Basis kennen. Philipp macht mir was draß. Es fängt an Ego-Zombie. Es fängt an Ego-Zombie. Ist er nicht meiner? Ist er nicht früher? Also ich fängt an Ego-Zombie. Ich finde, der braucht Power. Ich finde, der kann man... Ich mach mir die Götter, dass ich auch mal ein bisschen. Es ist nicht wie auf deinen Markt. Aber Paul, der hat mich schneller rein. Du kannst mich singen, ja. Ernsthaft nicht. Hey, Zombie, die Versammlung ist gestorben. Ich glaub das nicht. Das war ein paar jetzt. Ich glaub, du kommst. Ich denk nicht, ich glaub nicht. Zum Beispiel. Zombie! Es ist Leifach. Eschape time! Die Dome mit der Waage. Hier kommt er. Die Dome! Wie die Dome. Warst du in der Waage? Ja Dome. Da riecht doch schön hier und dann hier wo ist diese Böden heute? Hallo! Oh! Haha! Noch eine Hüttenkaste? Lachen Sie! Ein bisschen! Lachen Sie! 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 Ja, genau. Ja, aber den haben wir jetzt. Der hat den großen Rücken aus. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ich glaube, wir sind nicht einladen. Nein, das ist ja so. Egal. Ja, ich bin bei Dennis da. Ja, ich bin bei Dennis da. Ich bin bei uns. Die große Fäuse liegt aber noch nicht bei mir. Ihr seid gleich groß. Ja, aber das ist ja gar nicht. Wir sind ja alle groß. Das ist ja alles groß. Was ist denn, Mann, oder? Was ist denn das nachher? Wir sind gut. 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 Die Skilette packen nicht alle ab. Ja, wir sind gut. Ja, das ist gut, Mann. So. Es geht. 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 Aber ich fühl's einfach durch, wenn's machbar ist, oder nicht? Ja, das ist immer schwer, das stimmt. So, liebe Zuschauer, das war die LT! Also bis dann, sag ich geschwind. So, zurück! So, Let's Play Kamera, verstehen? Augenblick... Irgendwie hat's hier wieder gelohnt eingestellt. Gut, willkommen! Oh, das ist schräg! Ja, aber ich muss irgendwie so näher von dem Fernseher, nicht vom Hintergrund. Aber weil ich ja wieder so viel Scheiß hier auf dem Tisch habe, ist das ein wenig gelohnt. Moment! Äh, wenn wir jetzt in Lombos spielen? Hallo Leute! Willkommen zurück zu IP! So, geh schon mal! So, wir kommen zurück zu IP! Let's Play, meinst du gerne raus, mit einem Team-Medischen? So! Ja! Und wie ihr wisst, habe ich ja damals, damals und nochmal damals, ein Zombie-Battle gemacht. Und jetzt denken sich bestimmt hier an manche Leute, schon wieder Zombie-Battle. Ich möchte einmalig aus. Ich sage, gesundemäßige Ausstattung. Naja, einmal reicht schon aus. Aber ich möchte mit anderen Regelnentstellungen spielen. Das heißt, ich werde weniger Schiebs nutzen. Ich werde wahrscheinlich nur einige nutzen. Ich zeige euch das erste Mal vor, was ich hier vorhabe. So, ich habe eine Option vergessen im Moment. Aber ich möchte gerne in der Mario-Battle-Battle spielen spielen. Schwierig, wir gehen auf Normal. Aha! Oder erstmal leicht. Ähm, wir gehen auf Leid. So, dann gehen wir auf weitere Optionen und geben Kosten. Ja, ja. Aber wir nehmen Inventarbehalten. Tagesslich Zyklus aus. Der Zyklus ist am besten. Und wie ihr seht, bin ich noch ganz, ganz, ganz. Und dann geht es ja noch nach unten. Nach einer typischen Erholung. Ich bin nicht im Drogi-Line. Ich bin wirklich. Ja, das ist ein Buch an. Ganz, ganz, ganz. Aber lieber nicht, weil es ja eine Mario-Battle ist. So, und jetzt denken sie schon einige Leute, das ist doch wieder der gleiche Scheiß. Ja, aber jetzt. Lasst euch einfach nur zusehen. Und dann kommt ihr einfach von mir. Jetzt können wir wieder stundenlang warten. Stundenlang warten. Stundenlang warten. Bis wir noch nicht schlafen. Und wir kommen in der Mario-Welt. Und nun gibt es erstmal einige. Wir kommen in der Mario-Welt. Wir kommen in der Mario-Welt. Nein. So, wir geben nur eins ein. Asche kommt hier. Hallo. Und gehen aus Hox-Optionen. Da ist schon alles zurecht. Gehen aber auf Nacht einstellen ein. Ach stimmt. Genau. Und Werner ist nächstes. Erstmal mein Kampf-Inventar. Und das wird natürlich sehr einfach werden. Ja. Zuerst gehe ich mal in den Kreativ-Modus. Das nehmen wir einmal. Und das nehmen wir erst mal die Ressourcen. Moment. Jetzt denken die bestimmt wieder, dass ich eine Diamant-Ressourcen bestelle. Ja, dann seht mal zu. Ja, damit geht's los. Äh. Es ist Stress oder was? Ja, mit auch Ressourcen. Dann gehen wir mal auf Kampf. Ja, nur noch nach. Ja, ja. So wie's sonst, lieber Hitschleuder. Ja, ja. Und jetzt passt mal auf. Hitschwert. Dann gut rum. Moment. Wir fahren mit dem Hitschwert an. Uuuuut. Nehmen wir uns einen ganz populigen Bogen. Und damit ist eigentlich schon meine Rüstung ausgestattet. Jetzt denken die, was hat denn da jetzt wieder vor? Ja. Jetzt gehen sie mal in den Kreativ. Kumba-Hut lasse ich leben. Ich kenne das Ding. Ja. So was von mir. Kostoption. Da geht man nämlich tierisch auf ein Zahnfleisch hier. Ja. 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 Dann ist das Spiel eröffnet. Ja. Ich bin schon ganz gespannt, welchen Hackfressen mich jetzt begegnen werden. Hallo. Wo sieht ganz Unkel da draußen aus? Hallo. Alter, ich höre kein Monster. Hallo Monster, wo seid ihr? Hallo? Buck gesichter! финale Golden damn election. Ich kann mal die Option nutzen für Lebensmittel, sonst machen sich die Herzen nicht, Alter. Und diesmal nehme ich keinen Schaden in den goldenen Äpfel. Diesmal... Giftliche Kartoffeln, alles klar. Ich hole... Gründe Karotten, aber... Wir haben noch mal Gründe Karotten ready. Wir werden nicht nur immer eine gleiche Terminatur spielen. Wir sind selbst immer ein bisschen Spiel von Lama. Minus... Kursion... Äh... Jut! Ja, also Gründe Karotten sind wirklich keine Lebensmittel, der da auch lieber. Lalalalalala... Oh, ey, sag mal, warte, will ich jetzt schon pitten? Den anderen... Wuii! Wuii! Logisch! Hallo! Da ist unser erstes Nostau eigentlich. Na, wer ist denn? Na, ha, ha, ha! Na, ha, ha! Sag mal! Hallo! Hallo! Tschüss! Hallo! Tschüss! Hallo! Oh, shit! Yeah! Ja! Ja! Oh, mein Pfeil! Das war echt geizig! Das war ja so abgefuckt gegeizt! Ja! 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 Hey, aber, was in deiner Schufe wird da wieder... Ich hab die Brille auf, du Creeper, ey! Hallo! Hallo! Nein! Will ich nicht! Ich bist dir im Tod, ich bist dir in deiner Schufe... Was? Wischst du? Ey! Hack! Hallo! Hallo? Ich hab Hallo gesagt! Sag mal, hafst du Wichser das nicht? EY! Hey, ich bin gar beleidig, dass du mich ignorieren tust. Mensch, blöd, das ist blöd, das ist auch verfehlend. Mensch, warum ignorierst du mich? Ich hab Hallo gesagt. Wo sind wir denn hier in der Öffentlichkeit? Das geht nett. So was, ey. Ich würde schon gerne auf den Weg gehen. Ich kann mir auch nicht... Bleib die Hackfrasse da einfach ungeschont stehen. Nein, nein, das kann ich nicht greifen. Ich kann mir auch nicht leiden, wenn du so eine Pist stellst. Du denkst mir so besser als sonst. Mein Freund ist da. Komm, du bist hier. Ey, du Schei. Wie für crazy, wie für crazy. Wenn du Schei, ey, so ein hässliches Arschgesicht. Okay. Dann wird man gleich so ein Tatser an. Mach das Reparatur eins. Geil, ey. Ey. Ey, Spinner, was ist going on? Na, hängst du das, ey. Du, damit kann ich bloß gehen. Hat er sich wieder weg-delaportiert? Oh, wer jetzt in den Kopf? Oh, wer jetzt in den Kopf? Oh. Ein Kweeper. Jetzt machen wir mal ein bisschen an. Du bist ganz alleine. Du bist ganz alleine. Tschüss. Wiedersehen. Und? Oh, mit einem Holzschwert. Tschüss. Zombie. Oh, wie gut. Oh, wie gut. Denken wir noch ein paar... Oh. Ich weiß, dass mein Klug Schei ist da hier oben. Die Fresse vor dir an. Hallo. 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 Hörst du mich nicht? Hörst du mich nicht? Bist du blöd, oder freu? Zombie-Schmulette? Yeah! Weeeee. Na, Mann! Wir hassen dich, Spider-Kitty. Ja, ich hasse dich auch. Tschüss! Bist du, Alter? Hä? Was ist der Roll? Ich weiß nicht, du bist ein Scheiß. Bogen, wow. Wie nett. Ja, du bist ein Scheiß. 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 Bogen, wow. Hallo. Wie nett. Es ist gut, der Profi. Wie komm ich jetzt wieder weg? Alter. So, du bist ein Scheiß. Du bist ein Scheiß. Du bist ein Scheiß. Na, dann gucken wir uns mal weiter um. So. Erde sucht Hackfressen. Hackfressen sucht Erde. Erde sucht Hackfressen. Ey, was soll das? Warum sind da kein... Frontschwertangreif. Du bist ein Scheiß. Oh, es hat mich sogar Haniketeier nicht angeschossen. Wow, schön! Jetzt verstehe ich das warum... Hier, da ist der Arm. Ich bin Sack, werde ich mir da runtergelegen. Warte für ein Hexer. Augenblick. Ja, aber schönes. So, dass man gleich nicht spitzende Arsch. Du hast die Männchen wegen du Arsch? Diebe! Okay, wir haben den da. Vorsicht. Anlauf! Uah! Wie ich geschleiert. Warte, tschüss, Alter! So, noch mal. Schuss! Essen, Feuerstoff! Noch ein Creeper! Yeah! Hey, Hacki aber Hacki! Hacki ist Hacki. Na ja. Wir werden mal um, bis ich... Guck mich erstmal um, Office hier... Schmerzen. Der ganz mutige... Uah! Hast' ich nicht Zwecke? Guck mal. Und tschüss. Ich hab' Tschüss gesagt, du Penner, ey. Hört' auch mal wieder kaum, ey. Misses Green, Misty Hallo! Warum finde ich nicht hier... Heu, Zombie. Voll langweilig, ey. Du bist langweilig, du bist langweilig. Du kannst gar nichts, du kannst nicht mal letztes Playern, Mensch. Du kannst nicht mal letztes... Oh ja. Hey Zombie. Ach, das ist ein Kumpel. Schön, ich mag Freunde. Hallo, ich bin der Mario. Freunde von Zombie sind doch meine Freunde. Freunde von Zombie sind doch meine Freunde. Alles klar. Ihr Ratschen, da seid ihr alle. Alles verredet. Ja. Ich brauch irgendwo eine Spitz. Ja, ist doch okay. Geh mal, geht es hier? Ich brauche mal kurz so ein Pixie drauf rein. Was hier mit da drin ist. Puh. Eisenstiefel, Eisenhose. Eisenstiefel. Geile Sache. Dann werde ich erst mal so geessen. Das ist nicht so gut gemacht. Ja, und das ist diesmal nicht der Schilder. Ist das hier ein Kaffee, das ist nicht? Auto, wir speichern. Ey. Hausfriedensbruch, Hausfriedensbruch, Hausfriedensbruch. 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 Lass doch mal die Dorfbewohner nur, du Penner ey. Wenn du schlafen willst, geh im Bahnhof pennen. Also wirklich. Oh, Alter. Da greift er einfach mal die Dorfbewohner an. Ich bin nicht verarschen. Ja, schießen. Uh, uh, uh. Aus. Da war's. Das ist von Mario Feiner, mein Freund. Oh, hier. Oh, hier. Oh, hier. Oh, hier. Oh, hier. Ich hab gerade eine Rüstung gefahren. Oh, hier. Oh, hier. Heute will er wieder damagen, oder was? Im Rögenpart bin ich jetzt nicht anders. Im Stress machen, ey. Ich geh an, Alter. Obwohl ich da keine wütze Worten sag mir. Was ist die Worte nicht anders auf Wurst auf einmal? Na ja, dann watschen wir mal weiter. Ja. Mensch, ey. Ach, irgendwie immer noch. Äh, ey. Ja. Warum zum Kehl in der Säk deiner Pyramide? Oh, glaub man, der, der war. Das hatte ich wieder Tage. Der ist bitte nicht dick. Das ist Pyramide. Oh, nein. Das ist nämlich schwer. Ja, klar. Ich esse mal geäugene Wurst und gegolten. Ja, gegoltene Karotten, wollte ich gerade sagen. Jemand zurück zur Silverschule. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Das sind wirklich Holzblöcke. Da sind wirklich Holzblöcke. Dann wäre der, der vor die Busch, ey. Ja, der will der vor die Busch, ey. Ja, der will der, der will der Versteiger nicht. Hui. Ja. Das war ganz schön, wie, was ich dir in der Letzte lachen tun. Doch dann. Der ist mir in der Brille normalis. Dann werde ich mal gleich, ich werde es mal. Wie im Baum die Fresse polieren. ja logisch das ist das schreber geraten du schreber geraten die kollegen hier eine bessere kollege die englisch wenn die kollegen hast du scheiße stelle mir vor der krippe wenn er ganz allein sind und jetzt aber jetzt aber jetzt ist aber echt der knallt hier du kleiner schiebier alter wieder stunden bis ich so einen dämischen bomb abgekloppt habe so was unfaire ist kann ich wieder heulen gehen kann ich echt heulen gehen ja 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 aber es ist ja spät wir haben davor sehr viele andere piste macht nicht wahr war auf den kabel aber ich habe ja gesagt eine halbe stunde muss ich hier drehen und dann machen wir jetzt mal und dann machen wir jetzt mal karte lululului alter ah wow der kreber hat die stelle bewegt ich habe Hunger hey ist das so blöd oh doch nicht voll unterschätzt alter das traut ihr da so blöd die treppe zu laufen ey du was wir sind fucking villager ha 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 ja die zombie hallo hampfritter dritte stürbi stürbi hallo stürbi wie geht's dir dir geht's tot was dir geht's tot sag mal was macht man denn da co tschüss hallo creeper auf wiedersehen creeper Ja, mein Freund, was habe ich hier überhaupt nicht anwesend sein gesagt? Alter, ich muss erst mal gucken, ob das Tier in der Haft ist. Oh, ein anwohnender Creeper. Ich werde dir die Miete streichen. Das ist mein Haus. Hab ich überhaupt nicht gekauft? Das ist wahrscheinlich ein Einbrecher. Einbrecher, alles gut. Oh, er wollte gerade abgehen. Er wollte gerade abgehen. Ein Disco-Creeper. Eier dich, bevor der nächste Anwohner kommt. Und wie man weiß, ist ja in der Pyramide eine kleine epische Falle. Ja, lass mal nicht auf, das ist für die, ey. Diese Falle heißt durch der T-T-T-R-A. Das sind zwei Worte mit der T-T-R-A. Gut, gut. Zumalerweise. Danke. Was ist das? Goldbarren, uh. Dann willst du ein kleines Kind. Eisenbarren, ja, Eisenbarren. Gold, Gold, Eisenbarren. Hinten. Noch mehr Reisen. Yay. Bälle Sache. Ey, steh mich voll, ey. Dann muss ich bloß wieder nach oben. Dann stelle ich mir mal gleich ein paar Goldsachen, also goldene Rüstung her. Oh, aber ich kenne dich ja auch noch mal. Ja, zurück. Ja, dann wörtchen wir mal weiter in dieser Welt, ja Zombies, die da hacken. Oh, Zombies. Wirst du Stress? Wirst du Stress, Kind? Ja, sonst was, TV. Bitteschön, Kind. Dankeschön. Das ist ein guter Name. Werde ich bestimmt nach ein paar Minuten wieder vergessen. Oh, das ist leider. Kind. Oh, oh, Anwohner, Anwohner. Hey, ich adresse. Du mein Ehren, Frank. Hä, der werden wir auch mocken, der Kumpel hier. Kumpel. Wie heißt die? Ja, Kumpel. Hallo. Da ist ein Schwer. Komm schon, durch was knallen tut. Ach, da oben ist es. Ruhe. Ey, da oben bin ich daheim. Hallo. Tschüss. Ami. Wie macht der das Lenkfeil? Hey, ich bin hier. So, wie. Da hat sogar ein Frott angeschrieben. Das ist schon besser. Der ist ja auch ein Schwein. Der kann wirklich die Feine erwischen. Der geht mit einer letzten Sachen. Hast du das Gesicht? Wie war. Ja, geil, ey. Das ist so ein Dreifachstur wie alt. Das ist so ein Wettchen. 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 Das ist so ein Wettchen, die sind mir noch anwesend. Oh, mein Freund. Hey, sag ich bloß. Oh, ganz mutig, Alter. Hey, tut er mal, tut er, Cai tut. Hey meine Freunde, immer mit Geduld, mit Geduld, hast du was von dem Wort Geduld nicht verstanden? Süßes, ganz dillevoll, ganz mutig hier, hast wohl hier ne Schutzweste, ne Spiderschutzfliege hier Hallo, hallo, Landweiler, Leber, Arschkrampe, ja hab dich beleidigt, jetzt bist du wütend, was? Hab ich dich beleidigt, mein Freund? Was machst du denn nun? Er war einfach der blöd Unstieg. Was meint denn der mit der Arschkrampe? Ist das irgendeine neue Diagnose geworden? Ja, ganz genau. Das ist eine wunderschöne Diagnose, Arschkrampe. Leute, wir wollen mal kurz den Kerl. Ja, weiter geht's. Irgendwo ne abgeleckte Schwach. Kommt da aber irgendwie gar nicht hoch. So, dann laufen wir mal mal älter und fressen da meine Kopfhörer. Ja, wie schön. Mensch, sag mal, sind die da keine Argenboten hier unterwegs? Fällt mir mal gar nicht. Dann immer noch in der Wüstenselte in der Kessel. Ja, ich bin ein blödes Kind. Ich bin ein blödes Kind, verdammt. Ich bin ein blödes Kind. fällig wird so. Ja, ja, da hab ich schlecht, Alter. Mal kurz freigeregen. Hey. Dann hab ihn gelückt und bin bewusst. Schnell. Und so langsam. Hey! So eingebildet. Ja, du sag ich meine Arme. Du skirmitychhaft. Ja, was tut mir lauf an die? So gut, ich meine Arme. Hey, du löst in der falschen Richtung, also wirklich. Oh, jetzt habe ich die Bein-Kollegin. Tut mir ja sowas von arschgefickt leid. Wenn ich arschgefickt meine, meine ich das überhaupt nicht. Oh, jetzt warte ich mal auf den Kehle, sei... ...werter irgendwo im Jugendfuhrer ist. Hallo, Hackfressen GmbH. Mann! Leute, jemals. Wenn da es noch gebar ist, dann wohl noch nicht mal. Uah! Ich dachte jetzt öfter ein Zombie, die Zuhör. Oh, wo ist das? Oh, nein! Oh, nein! Ihr seid die Rüstung auf, ich bin ja voll harte Mensch. Hallo! Wo seid ihr Fotzenköpfer alle geblieben? Du bist engst. Haben die jetzt so einen Schiss von der Kulte? Wollt du was durch? Wollt du mit den Kettnissen? Wollt du mit den Kettnissen nehmen? Wollt du mal hin? Wollt du mal nicht aus, Alter. Und... Ender-Scheigeil! Und Ender-Scheigeil! Und Ender-Scheigeil! Und... Und nochmal Ender-Scheigeil! Ja, das gefällt mir. Ender-Scheigeil! Ungenietet! Gar nicht fast, hier. Hei! 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 Spinni! Tschüss, Spinni! Du musst nur auf deinen Kollegen aufpassen. Das freut er mich ja. Sowieso hat die Fresse poliert. Und... Nochmal! So, geht's auch, Alter. Oh! Ja, mein Gott! Ja, mein Gott! Ja! Ja, mein Gott! 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 Jetzt mal hau's runter! Ich geh' mal gleich am sicheren Gebäude, weil ich muss nicht aufpassen. Oh! Das heißt Hausverlust, nur hallen! Das heißt so nachladen! Ja, Mister Creeper, ja, Mister Creeper, ja, Mister Creeper! Gut, dass wir uns so schön verstanden haben. Oh, der ganz Mutige. Safe Suisideskiller, yeah. Safe Suisideskiller. We about the Suisideskiller. Wir haben dich gleich erwischt, ey. Tschüss. Der ganz Mutige. Yeah, Robert. Wow. Hey, was ist das? Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Ach, ich bin auf eurem Hausstand. Hallo, ihr Alltatskiller. Gefällt dir das Dorf? Das hat man doch gerne. Ich weiß es wirklich nicht, hier anzuschärben. Oh, Gott. Oh, du bist dich? Oh, es ist ein Pumpe, Alter. Oh, du bist nicht. Oh, du hast den Pumpe, Alter. Wo hast den Pumpe, Alter? Wo wird das ein Pumpe? Ja, Mann. Hat der dann zwei Mertenspär? Da hast du den Pumpe. Oh, mein Gott. Nein, ich will bloß nicht, ob diese Schneide ausり levelern kommen. Das ist ein Deicher. Geh ich auf, Moment. Oh, wir haben ein paar Zeige. So, Bull Powers ist vorbei. Alter, der Aufbewohner, das ist doch nur ein Scheiß-Creeper-Mensch. Bleib da einfach mal so frech stehen oder was? Ich bin hier, sag mal, siehst du das nicht? Wie blöd die im Gucken sind. Alter, die ganze Belagerung in der Bürgermeister. Ich schieße erstmal den Klugscheißer rein. Der Aufbewohner, der aufbewahrt. Der Aufbewohner, der aufbewahrt. Der Auto ist beschissen. Hey Zombie, was geht ab? Du siehst so scheiße aus, Mensch, in deinem krummischen Anzug. Da das nicht als du gestellst, aber dann so wenig erkennst du. Komm, du wirst mal weiter um dir rum. Hey Zombie, was geht ab? Hey Zombie. Ich geh mal nach der, ja. Das ist ja alles gut versteckt. Yeah. Ich mach mal Pyramidenraub. Oh. Lauf mal wieder dem Bergschnapp. Oh. Ja, unsere Straßen. Hallo Glöckchaser. Ja, das war der Feuerwiderstand. Schwer in den Bergschnapp. Ja, das war der Feuerwiderstand. Schwer in den Bergschnapp. Ja, das war der Feuerwiderstand. Aber Feuerwiderstand brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir brauchen bloß das Schwer. Ja, hoch, ja hoch. Wenn das Fresse explodiert, ey. Der Fresse explodiert, ey. Der Fresse in den Bergschnapp. Ja, das ist rechtlich. Lieber, lau. Wann grinst du? Hey Zombie, ich hab was Neues für dich. Ey, ich hab ne Überrasch... Bleib doch nicht weg, Mensch. Ich hab ne Überraschung für dich. Bitte schön. Ja, gerne doch. Nochmal? Ja, gerne doch. Hier, hier ist ein steilens Schwert für jedermann. Na, Gott. Na ja, meine Freunde. Alles... Na, 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 na. Ein ganz mutiges Schwert. Ey. Stauensswert enthält. Okay, wenn du... Stauensswert enthält. Füß! Der Sackspiel... 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 Ey, willst du den Patrioten beschützen? Das gefällt mir. Das ist ja ne wahre Freundschaft. Leider ist die Freundschaft gleich beendet. Der Sackspiel... So war's von abgefuckt, episch. Yeah, und ich muss irgendwie erst mal unterlegen. Was gibt's da eigentlich zu überlegen? Ich meine, einfach ein Stand-Spit an und alle die Fresse polieren. Der Ender-Shy-Guy! Der Ender-Shy-Guy! Ist dein abgefuckter Ender-Shy-Guy? Ne, Fernsehge. Wie soll der schaffen? Hallo, mein Freund. Ich brügelig mit dem Stein-Spirtblatt. Und der kann nicht mehr schießen. Der arme Quack selber. Alter, ich habe vier Schlüge und der hat nicht mehr schießen. Dann würde ich von der Arme sagen, dumm Sch***. Dummi-Jummi. Dummi-Jummi. Oh. Dein Essen war mal ganz, ganz schmeidig. Wie wär's mit einer goldenen Kurotten? So Leute, noch mal kurz die Karte. Dann ein bisschen, dann ein bisschen. Wir müssen erstmal rübergehen und müssen was besorgen. Ist das irgendwie viel zu stehen? Und nein, nicht was ihr jetzt versteht. Ich meine, wenn ich jetzt Musik von mir anhabe, ist es bei euch nicht. Aber ich finde einfach so, genau. Oder ein Wort anderes. Also bitte. Also bitte. Also bitte. Also bitte. Also bitte. Willkommen. Nochmal zurück. Ey. Das wird doch nicht alle allein geforzen, Mensch. Das wird dann aber französisch. Aber, bisschen warm und klauer und das ist gut. Hallo. Hallo. Ich bin da. Nicht egal, ich bin da. Ich bin hier drin. Dann ist einfach die gleiche Stellung. Da dachte ich nach damit. Lass mich mal die Küche aus. Die Küche ist auch gerade hier tot. Jetzt ist das jetzt mal veröffentlicht. Ich hab das immer veröffentlicht. Gelöte. Hallo, ey, er liebt. Was soll denn das, was machst du für eine Scheiße, Alter? Spinnst du, komm mit. Alter, ich will den Höhlenbesuch starten. Vielleicht dich wieder ausfüllen, wenn wir doch nicht in den Test gehen. Ja, Kaffee-Pause. Kaffee-Pause, das wär geil. Ey, ich hab Pause gemacht. Lass dir mal ruhig, Mensch. Mach dir einfach Druck und sag, da warte weiter. Gib dir gleich weiter arbeiten hier. Das wird ein kleiner Kollege erst mal hier plattgeprügelt. Ich bin nämlich, ich bin nämlich ziemlich traurig. Ja, genau. Dann sieht das nicht aus. Ey. Wahnsinn, ja. Kannst du gucken, wo das auch? Ich war ja mal wieder hier. Ja. Tschüss, Liebe. Wiedersehen. Komm, ey. Lass dich wieder ausfüllen. Lass dich voll ausfüllen. Lass dich voll ausfüllen. Ich bin ja mal wieder ausfüllen. Oh, guck. Ist das sicher? Wie, ne? So, wie. Hallo. Ja, guck mich so blöd, ey. Ich will aber gucken. Gucken ist mein Hobby. Und kauft ihr einen Fernseher? Ja. Ja. Genau. Äh. Schreckt das nicht, Mensch. Ich weiß, dass ich ein Mensch bin. Ich weiß ja, dass ich keine Spinne denn. Spinne. Steinschwert verpüllen, ey. Kommt ihr alle mit dem Steinschwert, die für wasser voll. Machen wir ja zu viel Ärger. Die Rüstung ist eigentlich ohne Träger. Ich kann nicht fehlen. Was kommt denn nach der Zweihe? Dann lauf ich mal weiter und ess nebenbei was. Ich drehe mich mal beim Essen, weil ich ja auch misstrauisch bin. Jut. Der Spinner tut's hoch, ey. Hallo. Oh, 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 oh. Jetzt lassen mich wieder alle alleine, ey. Ey, ey, ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ich sag mal, braucht ihr eine Brille oder was? Braucht ihr mir oder braucht ihr ein Observatorium? Dass ihr mich irgendwann mal kennenlässt. Ja. Tu nicht so scheinheilig, Mensch. Ja. Sag mal, bist du blöd oder was? Ich steh hier. Mensch, ey, was für eine wasvolle Fahne, Alter. Bist du auch ein Klugscheißer? Komm, wenn scheiß mal weiter war für ein Klug-Klug. Du, ich, zwei, 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 zwei. Jetzt können wir uns den gegenseitig angucken, Chef. Uuuuuuuuh, ich weiß mir mehr als du, weil ich zum Zombie bin. Ist mir scheißegal, wir bilden wir das sowieso nicht. Dann drücke lieber so ein Arschterlöschen. Drei, vier, vier, Quieper, Wester. Beste, doppelte Creepers. Oh, ist vier wie übersteckst du? das Neighbor für ganz hüft des Seil Seht ihr weiter , die hier stehen ein paar Blöcke vor ihr Nein ich ignoriere Dich Das macht keinen Spass Das macht gar kein Spass, wenn ihr mich nicht angucken habt Spielverderber 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 Oh, hier Türsteherzombie Schön Ich will in deine Disco rein Jetzt haue ich dir einfach noch ein Türsteher Ist das hier irgendwie in der University Bank Ist das die Zombie Security Schade, dass ich die jetzt ausgewertet habe Die waren wahrscheinlich sehr sehr grimmige Doctrine Weil jetzt diese Stress Schade, Guys Wir sehen uns erneut Zombie, wir sehen uns erneut Jetzt seh ich Dann lach ich drüber Wir sehen uns erneut Hallo Jetzt blicken wir Gegenseitig Hallo Hallo Hallo, abfressen Kommt aber raus Das muss ich wieder heulen Das ist Schalmann Das ist Scheiße Elend Und Ach, hier der Flop Du hast dich schlechter Scherz Schlechter Scherz Schlechter Scherz Du hast diesen Flop Mit dir deinen Kollegen Oder? Wir haben 21 Wollt ihr mich alle Fickern Hallo Kommt einmal raus Ihr Schicht Übiges Ende Ja, nein Sag mal Creeper Wir haben ja völlig klar Emokent Ja Emokent Nein Nein Jetzt Er zischt dich da hinne zurecht Ey Was? Kleiner Juvi Wo ist der Beklau? Was der Engerfeiger gekommen ist? Ey, weglaufen Die kann ich mir auch nicht beweisen Das sind keine Getränke aus dem Guillaume Getränke, Papa Nee, das sind nämlich irgendeine versammerten Gifte Ich hab den zum Guillaume gelegt Na keine Getränke Nein, nein Krieper, ich schlaf dich Ah Oh, ja Da hab ich die Knusperhexel Ja Was war? Oh, ich schlaf dich Oh, Junge, ich schlaf mich Hallo Hallo Was sagst du? Hallo Ich bin hier Hopp Haha Mensch Ist das ein Sackgesichter Ey Da hab ich die Knusperhexel Ja Hier hast du irgendwo die Knusperhexel Haha Ja Na 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 Weißt du was essen Ey Und dein, Schallgeid-Kollegen Steinschwerer Wo bist du? Hallo 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 Uua Sind doch alle zu dumm, nicht? Ja Ja Der Hob Wo bist du? Wo guckst du denn hin, Mensch? Wo guckst du denn, Creeper? Wo guckst du denn, Creeper? Guck mal, ein Freund! Nee, guckst du erst mal auf andere Seite. Ach, du ignorier dich mal. Windfresse. Spinnfresse. Die Fressspinne. Bist du tot? Oh, schade. Du bist auch tot? Schade. Schade. Oh, wie schade. Heftige Spinn. Nimm jetzt so scheiß Faschen hier. Faschen. Faschen. Lauf, Kameckel. Lauf? Oh, Alter. Na? Hast du davon? Weißt du, was? Hey, hey, hey. Was soll denn der Mist hier? Ich will doch mal spielen. Schluss mit Schluss, dich. Ich hatte Schluss mit Liebe. Kommt ihr euch, oder? Kommt nach raus. Leute, Kinder. Skelett. Skelett. Du nervst. Du bist ein Name. Auf Wiedersehen, du Stück Scheiße. Ja. Das waren da eben. Keine Ausrüstung. Ich hatte das immer. Wir haben nicht gerade eine Fertigung. Oder doch. Ah. Halt und still wieder. Hallo. Ist hier irgendjemand noch anwesend? Guck mal. Oh, wie schön. Guck mal die kleine Kinder an. Ich putz dich aus irgendwie. Hände, die Kuiper, bitte. Hände, die Kuiper, bitte. Könnte aber schöne Geräusche machen. Ich lache mich schlappisch, Jubi, Alter. Ja, die sind auch alle aufmerksam. Wollen wir schon haben. Wir haben jetzt voller 20 Minuten. Da ist die Bekörper. Ja, du brauchst mal, Alter. Ja, mein ich. Hallo. Ja. Hallo, hallo, hallo. Wie geht's dir so? Wie geht's mal wieder voll in den Zutaten, was war? Nicht wahr, Zombie? Habe ich deine Lübe wieder ausgekletscht? Nein, hast du nicht. Habe ich wohl. Nein, hast du nicht. Habe ich wohl. Nein, hast du nicht. Habe ich wohl. Sag doch nicht immer den gleichen Scheiß. Hey, Spinnen. Hey. Du fährst mal nicht in ruhig unter Eben, du Arsch. Boah, Alter. What the fuck? Bist du noch nicht tot? Jetzt aber. Du musst ja voll ihr Leben haben, weil... Gehen wir mal ganz woanders, denn da ist von nicht bei irgend so einem Rückscheißer. Uh, Alter, diese Reiergang. Aye, yeah. Diese Reiergang, yeah. Hallo, Mr. Klaas. Uh, eh, na schön. Reiergang, ja. Das war doch nicht. Hallo. Wie geht's alle? Ja. Kannst du schreiben, ist denn eine Oberzange? Das ist bloß noch der Gegenschefter. Nein, der meine ich nicht. Hallo, Mr. Gegenschef Liefer. Wie ist der Rieger auf dem Sack, du Kind, ey? So, die ist. Bühne. Ja. Ja, Bühne. Na, Uwe. Äh, Michael, sauerlich. Ich fährst das Spiel, wie sauerlich. Ne, tut mir vor Ort, das heißt noch. Na komm, beeilig. Die Zeit wird knapp. Ja, da ist der Eis, oder? Ja, hau. Ja, hau. Bühnen sind unsupfalsch. Komm nochmal her. Ey, Gott. Oben landen genug Hackfressen rum. Ich belohbe es nicht. Haki. Da haut die Bratzle einfach wieder ab. Oh, ein guter Name. Wird er stressen oder was? Haki, Haki, Haki. Ich weiß nicht, ob der Kollege hat verschwunden, ey. Oh, Alter, die rennt ja richtig. Die Sprint-Spyder. Die Sprint-Spyder. Ah, Alter, die laufen ja richtig schnell, ey. Die Ränder, sie haben die Jaffa. Ah, sie haben die Bonzen. Uua. Tschüss. Hallo. PQ, PQ, Wunder. Ich krieg dir alles für das Neue. Ey, nur ne Sprint-Spyder. Alter, die hat schon Kinner's Gumba-Hun. Ich würde es haken. Ja, herren weg, Gumba-Hun. Das sind alles hier voll. Das sind hier alles volle Frosten, die keiner leiden kann, die können sich wahrscheinlich selbst auch nicht. Dumm Scheißer, dumm Scheißer. Das ist ja Flohne Enderscheiger. Das wird's nur die Idee heute. Halt dich. Das ist ja nicht so gut auf den Kopf. Hallo. Oh, der ganz Mutige. Er wollte mal zeigen, was er auf dem Kasten hat. Schön. Einfach mal die ganz Nacktrikaden hier. Da steht er mutig in der Nacht. Das geht. Das geht. Der ist ganz mutig. Da muss ich wohl ein bisschen improvisieren. Ich kann nicht mal prüste, was das sei. Haben wir in der Rüstung geschehen? Ein Zombie mit dem Rüstungsweste. Ich wollte da keine Diamantrüstung nehmen, weil in der Natur ungesiegbar sind. Habe ich da eigentlich noch nicht so weit gestört? Ja. Eins. Das war's. Okay, das war's. Und tschüss liebe Zuschauer, bis zum nächsten Part. Yo, Gegenteil. Hallo Leute. Willkommen zurück mit... Kommt rein. Bloß nicht mehr Creeper einsetzen, bevor danach der kaputt war. Uh. In der Scheibei. Jo, genau, Alter. Los, Faust. Bloß, wir prügeln uns mit Fäusten. Ja, Faustprügeln. 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 Da kann ich Magenreifen nennen, Alter. Wasserwinn, ey. Ah, Mann. So gut. Ist das ein Klugscheißer? Alter. Wie wär's? Wie wär's? Darf ich gar nicht mal endlich vorbereiten, ey. Ja, was hat du ja? Ich geh jetzt hier mit anderen Schweigenovicaten in. Das ist die Änderfodschung, Scheibei. Ja, aus. Mach's ihr wieder verscheucht, oder was? Das ist aber jeder Mensch. Ze lumpche hier Änderfodschager. Also töre ich mal gar nicht gern. Sack! Jetzt geh's durch die Änderfodschung weg. Enderscheikei, komm her, Mensch. Enderscheikei. Tschüss. Na, willst du spielen? Spiele, spiele, spiele. Was spielen wir morgen? Bist du euch für mich ein kleiner Kollege? Oh, ein Enderscheikei. Das gefällt mir mal so. Ich bin überhaupt keinem. Ja, mutige Knie. Springen! Springen doch mal! Halt, Quark, Halt, Sprecher, Mr. Munburg. Arsch, du bist ein Verständnis. Flop ist krank. Ich bin auch hier, aber er geht leider nicht mehr. Fühlst du drauf an, dass der Eisenkohle im Konten kommt. Ah, überraschung, wir müssen doch alle Mann drauf anlegen. Ihr hört doch gern drauf an, aber wenn der Eisenkohle will ich das auch probieren. auch gar nicht. Ich bin auch hier. Aber in der Eisenkohle ist ein Geruch. Ich bin auch hier ehrlich. Nein, guck mal. Ja, ich bin mal sehr verschwenderisch, ich schmeiß mal die anderen Bogen rein, ey. Das kommt weg. Das kommt weg. Und der kommt hier. Oh, zwei Enderschecke. Oh, zwei Enderschecke. Erstmal ein Good Chaser, ein Good Chaser erstmal. Hey, Enderschecke jetzt. Tschüss. Wie können wir gleich? Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf, mein Freund, lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Alter Schwede, das hat ein blöder Spruch. Wir haben eine Menge Zeit. Ach, wir haben eine Menge Zeit am Start. Hallo. Tschüss. So, ding, 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 ding. Ne, 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 ne. So geht's weiter. Lauf in der Scheibe. Zehn Minuten. Lauf, 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 lauf. Ja, ich nervo rum. Das gefällt ihm im Sacklesicht. Aber er würde meinen Spruch gar nicht irren. Warum weiß der Quintal bei uns grundmännchen? Aber ich fühl eine ganze Stunde das Gap ist sorgt ja. Die Rüstung, die ist leichter und der Ehm ist danachmuş drin. damit passt für eine Stunde ganz gut. Ich weiß nicht, ob das voll ist, dass du wieder mit zufrieden seid. Aber, okay. Alter, mach doch mal jetzt mal. Das war ja eigentlich sowas von scheißig. Ja, ist nett. Oh, wie schön. Oh, schön. Oh, Baby. Alter, hier ist ein Schwert. Hier ist ein Schwert. Jetzt sieht das Kind nämlich, Dann hab ich ja das ist ein Schwert. Nicht ausgehen. Fucker, fucker. So, Zombie. Sorry. 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 Hi. 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 Kein gut, ich nicht. Das ist eine tolle Schlucht. Da fällt sogar um... Wenn ich das lang anhälte, dann ist das was sonst. Es ist egal. Aber das Reste, auf die Borat-Füße habe ich wirklich hier. Das ist nicht gleich. Das Vorhaben könnte es aber ein bisschen besser. Das war noch nicht. Das Vorhaben hat sich jetzt ein nationaler Team-Rennen gemacht. Hallo! Und... Fruppern am Kroo! Ja! Also, so gesagt... Ja, du fackst'n Knappich! Du fackst'n Knappich! Du fackst'n Knappich! Überlauf-Attackung! Du fackst'n Knappich! Die sind alle, ey! Kann man das mal? Boah, Alter! Da hilft ein kleiner Kollege ebenfalls nicht. Dann ist der von anderen IPs noch. War besser... Lauf, 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 lauf! Du fackst'n Knappich! Und ich weiß, das Wort laut nervt! Das nervt'n Knappich! Das nervt'n Knappich! Das nervt'n Knappich! Echt'n Knappich! Echt'n Knappich! Hателиbe! Wir können aber... Klick! Tricks'n Knappich! Den Knappich! Knappich! Aber ich war keine Minecraft-Karte bei den Schönen. Hey, schnell! Jetzt! Tod! Nein, war kein guter Spiel, ne? Wow, doch! Der Schein hat nicht getrügt. Alter! Uah! Ja! Hatten ihr den hässlichen Graben gebaut? Also, ich war das bestimmt nicht. Das ist auch Schwestern. Es gibt extra für die Menschen hier was. Und den Blick! Halleluja! Nein, das kriegt mich nicht so. Ich war nicht so fast. Genügt davon. Tschüss! Oh, zwei! Ich kann zählen! Könnt ihr auch zählen? Eins! Mehr weiß ich nicht! Wir können bis eins zählen. Das ist auch gerade immer ein Mata-Sack. Ich weiß nicht. Es ist aber ein Mata-Sack-Zack. Wie viele sind da? Das sch Platz weiter, Alter! Ähm... Ja... Gut. Wenn wir das verboten haben... Wie macht das trotzdem? Er widerspricht, Alter. Und was verhalte ich erst mal? Ja, so. Ja, komm her, oh Kind, Alter. Auch wenn die Grummi sind, das hört ich gut, Mensch. Juh, damit kann es losgehen. Hallo. Was ist going on? Lustig. Hahaha, lustig. Kannst du auch andere Worte erwähnen außer Körperklimper? Und wenn die sind ja schlecht sauf hin, Mensch. Bumba Huhn, hallo. Na, das ist das Fieberkind. Nein, ich hab dich nicht vergessen. Ey, Freund. Kannst du das weit sehen? Null. Kann er nicht? Deshalb regt er ja auch so friedlich ab. Er denkt einen Schlag, hä? Er hat einen Standart gemäß. Wie wird die Standart gemäß? Wann das gemäß? Hier ist der Kahn, wo er mich die Füße gestoppt hat. Na, Schalke. Ja, ich hab dich nicht so richtig erwischt. Ein Kollege vom Krieger. Gibt dich die Leute noch mal? Moment. Du kannst dich schon einstellen, hörst du, Getaki Kind, ey. So. Sag dir das Arsch ist gut, ey. Weißt du, Freund? So, so, so. Oh, nee, hier ist die tolle Schlucht. Da geh ich lieber nicht lang. Hm. Du Schirps. Alter Benji-Wook. Du rätst nicht, ey. Du rätst nicht lang, ey. Das ist so kiesig. Du rätst nicht lang. Ey, meine Spinner. Ja, Spinner! Ja, ich hab keine Chance, aber so nach außen zu gehen. Das ist so nach außen zu gehen. Okay. Nimm mich doch mal einen Kettnisbäu mit, ähm, was doch sein sollst. So eine Grenze, Alter. Ja. Ja. So, ab hier. Funktioniert. Wie ich jetzt sehe. Jetzt werde ich den Sand mit. Zack. Ah, jetzt verstehe ich das, warum die sowieso. So. Ey, umdrehen. Ja, frik. Wir spielen doch mal. Wir spielen doch nach außen. Nee, wir spielen doch nicht aber. Ja. Tschüss. Tschüss. Kommt da gar nicht raus? Ich will den auch hinten lassen und hinten links liegen gelassen werden. Anscheinend ja schon. Jetzt hatte ich meinen, aber noch nicht. Ich denke, es ist die Quatsch hier da drin. Jetzt kann es aber so was machen. Es ist ein Quieper. Ja, das ist so. Oh, der ist wirklich zugegackt. Jo, der ist irgendwas zugeben. Ist ja auch ein Quieper in der Nähe. Ist ja so, diese Zähler. Ach, das ist ja. Jetzt irgendwie Zuhaube war da einvermeidend. Ein bisschen Weaving muss ja auch mal sein. Oh, so schade. Eigentlich darf ich alles in den Füßen. Gott sei Dank. Wie kommt denn hier raus? Wee, Puck. Amtok. Zombie. Du kannst alles in den Sätzen. Besser. Hey, Zombie. Hey, und? Na, mein Kind? Na, mein Kind? Willst du Lüft sich durch, Alter? Ja, Zombie. Ich weiß nicht mehr, wenn ich dran traue, die Kinder, Alter. Oh, nein, nein, nein. Du fühlst doch Stress, oder? Nein, Sturm ohne Äpfel, wenn ich noch was zu kriegen. Gürtchen. Kannst du sowas von sehen? Oh. Ja, ihr schreitet mutig vorbei. Hey, mein Freund. Oh, oh, oh. Hier, da bin ich. Hier, da bin ich. Du Arsch! Verdrehst du dich einfach um? Machste, geh mir neben, oder was? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Und wenn du den Kopf mal um kannst. Hey, das ist ein Witz, das sind Reinkaufschafen. Das ist ja, das gibt ja auch noch ein Witz. Vielleicht ein bisschen Schmerz hilft, aber okay. Mensch! Ich laufe! Schnee da hoch, ja. Verscheiniger ist dran. Es ist mitternacht. So, und jetzt haben wir 30 Minuten. Der Spiegel ist ein Anker. Es wird so gesagt zeitgleich eine Werke anzuzeigen. Immerhin steht ein Todesteil. Geht voll. Hallo! Jetzt, nein. Was ist going on? Wir gehen bei den Tageslixen bloß an. Das heißt, in ein paar Minuten wird es wieder tappen. Ich hab's festen. Er hat die Alien das ist. Geil! Raun von Mario, mein Schaf. Bioum, 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 bioum. Da haben wir sonst dazu. Sag mal, mein Schaf. Hast du keine Manieren? Da ist ja leider ein Tränke, die keine Haltbarkeit für haben. Warte. Ja, der ist der scheiß Innersteiger, der sich wieder verpistet. Hey, sag mal, bist du der, bist du der Verlierer? Bist du der nachgefuckte Frau verteidigen? Bist du nicht, der ist der Nachfrage. Was ist das denn? Bist du nicht bescheiden? Nein, ist das nicht gescheiden? Ja, klar. Nein, es ist ja ganz tot. Ein lustiges Ehepaar, was gestorben ist. Was ist nicht alles? Durch mir. Ja, aber kannst du jetzt den Zettel nutzen? Nächste ist er noch auf den Zettel. Hallo, Achtung. Jetzt ist da was zu schön. Nutzbar extra. Tschüss, wenigstens. Ich hab so eine hinter der Waffe, Alter. Ja. Ja. Sag mal, warum nimmst du, fandst du mich nicht in Kittnes, ey? Unhöflich. Kaffee Pause. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Siehst du das nicht? Fuß fest. Hallo. Hallo, Falze. Hat sie gehört? Wahnsinn. Hat sie gehört? Hat sie gehört? Hat sie gehört? Ja, machen wir kurz mal einen Kattel. Komm, wenn sie verzehrt. 20... Oh, bekommt die Stadt die Kärfer? Das ist doch Schocker, ja. Ja, sie sind immer ein Checker. Aber das ist ja auch ein Kalympischen. Da geht's noch anders. Sind nicht der Arzt, der war schon betreten? Guckst du so, ja? Keine Arzt, ey. 20 Minuten laufen, weil... Oh, wo? DÖÖÖÖÖÖÖ, Wie gesagt, es gibt jetzt nicht mehr was halt noch. Ich mach kurz die Gratis hin und zeig ich wieder. Oh, er merkt auf den Berg, ist das nicht süß? Da hab ich ein Foto von dir gemacht, ey. Guck da mal hin! Angel! Hey, Bangel, was geht da? 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 Okay. Ich hab schon fast ca. 50 Kupers geklappt. 30 Sprengpulver. Gucken wir uns weiter mal rum. Eine Kuperspiegel habe ich nicht mehr gemacht. Und nun soll ich ja noch ein Riesenhabe. Ich weiß nicht, man weiß nicht, man weiß nicht, man weiß nicht, man weiß nicht. Willst du noch die Wasser bauen? Halt die Hände aus. về mürnete �� revenir Wir haben einenindruck. Mit den Funken arbeiten. Oh, siehle! Geht's? Wie long tua. Hab's mehr und geh. Tschüss! Oh, die coole Spinne. Ein Aschen! Oh, er sieht mich! Ach, schön! Woher ist denn ich? Ich fühle mich da hoch. Hier soll es sich aus. Tschüss! 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 Wie heißt es, dass hier ein Dansenexpart bist da? Freunde fürs Leben! Freunde fürs Leben! Ich weiß, dass ich ihn jetzt auch gerade mache, ja. Das kann er sich stecken lassen. Ah! Voll du! Yeah! Jetzt geht die Partiers so richtig, ja. Guck mal, das ist geil. Ich rede nicht so rum, ich stehe nicht so richtig. Wir haben schon hier wenigstens noch ein Rüstungsaufjekt gemacht, oder? Hey! Tag, Mann, ey! Tag, Mann, ey! Tag, Mann! Tag, Mann! Tag, Mann, ey! Oh! Du darfst mich bald essen, Mensch! Ja! Ja! Hat mir denn wohl keine Knigge-Manieren bei ihr gebracht, oder was? Ich bin ja die Knigge nicht leidend. Mal, 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 mal! Okay, ab heute mit dem Zwang. Einige hat nichts in der Frühstung, ja. Das geht auch. Du musst bloß nicht noch tanken. Ja, warum gibt es keine Crafting-Table? Dann sollte ich euch immer zu erinnern. Es gibt keinen Walk, ja. Okay. Du willst... Wenn du es gerade weiblich ist, was es hier bei der Säu, aber... Habt ihr eure V an? Nein! Alter, das wird knapp! Aber ey, Wahnsinn! Das war ein geiler Switching! Was geht? Du, Leute! Das war heute... Das war mal Fitness-Hexe! Stimmt, ja. Ich weiß ja nicht, dass der Fieber hinter mir und dann ja... So, nun soll ich noch meinen Helm... Die frische Wurzel lassen wir das mir drauf. Ey, strass, diese blöde Laufstuhl! Ey, ich muss upgrade! Hey, komm! Wij託, wir gehennd vorbei! Schääööön! He- ühe- üh! Okay... Und so gesagt! Die sind nicht so schwer Schafe, Alter! Schafe... Scheiße, sag malen... Scheiße Haredi... Oh, die Sprinnspinne schon wieder! LaufEL hani ist eure Kunst. Ich mag Künstler. Ich mag Künstler. Ich mag Künstler die Spinnen. Link. Link. Weiter Link. Uua. Uua. Gleich kommt er. Der Schreck. Und jetzt versuchen wir ihn. Okay. Alles klar. Okay. Was ist denn? Das ist nett. Oh, guck mal. Wenn die Todesreiche sind. Sind da unfähig. Oh, ja. Immer wo so ein Enderscheiker ist, ist gleich so ein Bodyguard. Schlecht bezahlt der Bodyguard. Ja, ey. Kommt dann mal rein. Das ist ein Spider. Ich glaub, das ist mir ja. Schlecht und der Schwein. Das ist verreckt vor dich hin, ey. Mann, du blöde Kotzkrockenkisse, ey. Mann, du blöde Kotzkrockenkisse, ey. Also die Piepen, die Computerpiepen. Was machst du, du Fotze? Hey, Pieper. Oh, und die Recken hier alle, Mann. Oh, schade. Die waren doch so nett. Warte. Die Kiffe, Alter. Komm doch mal her, Mann. Mann, Jay, sag mal, hörst du schlecht, oder was? Mann, Jay, ist da gut auf... Unaufmerksamer... Okay, okay. Nein, okay, okay. Ah, der hat einen Eisenwaren gedroppt. So, und da ist Abschluss, ja. Guter Professor. Wissen Sie nicht? Oder nicht auf die Marke hoch? Äh... Ist der jetzt irgendwie tot? Na, ihr kleinen Gruppierungen... Weiß ich gar nicht. Nein. Na ja, Leute. Also, jetzt ist wieder Tag. Und das war's, so gesagt. Das ist der Kundenballon schnell gegangen. Der kann doch nicht singen. Wie es aussieht, haben wir wirklich jetzt über... ...den Kern zur Stunde gezockt. Hallo, noch ein Typ. Hier ist vom Bodyguard. Wie geht's das so richtig? Na, mein Brett? Einen letzten Abschluss. Einen letzten Abschluss. Ja, also, so gesagt. War's das jetzt mit diesem Let's Play? Okay. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn nicht, dann bittet andere Let's Player sehen. Hallo. 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 Tschüss. Ja, okay, das war's denn. Also, wir hören uns dann irgendwann später. Oder am nächsten Tag. Bis dann.